Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hahaha! Freudige Drachenreiter Dom, grüß dich! Vala Doheris! Und heute zu Gast der schamlose Schwertschluckerstu, der heute zum Glück ohne Säbel in der Kehle mit uns über die neuste Entwicklung spricht. Hallo! Walter Dolores! Immer nicht Harry und Terry! Ich bin Paul und mit dem Buchstaben P gibt's erstaunlich wenig mittelalterliche bzw. Game of Thrones anmutende Berufe. Deshalb einfach nur, Paul, und ich werde wie gehabt durch unsere Besprechung führen. Wir haben heute sozusagen das Mid-Season-Finale gesehen. Es geht zwar nächste Woche nahtlos mit Folge 6 weiter, aber dann doch mit ein paar Unterschieden. Deswegen kann man doch ganz gut hier, ja, vielleicht auch ein Halbstaffelfazit fällen. Deshalb würde ich auch ausnahmsweise mal darauf verzichten, unseren Gast jetzt am Anfang zu fragen, wie er die Serie bis hierhin erlebt hat. Denn vielleicht machen wir das am Ende der Ausgabe dann einfach alles mit einem Mal. Ja, wenn ihr uns wie immer Feedback hinterlassen wollt, dann tut das gern in den Kommentaren bei YouTube oder mit einer Mail an info-stammtisch.de. Wir lesen das wie immer durch und diskutieren auch gern mit euch bzw. nehmen auch eure Gedankenanstöße und Interpretationen da gern mit auf. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Folge 5 trägt den Titel We Light the Way im Deutschen. Wir erleuchten den Weg. Das Motto des Hauses Hohenturm? Das ist gut möglich, ja. Der Titel klingt so ein bisschen danach, als ob Otto Hightower und seine Tochter von Tür zu Tür gehen und wenn ihn dann aufgemacht wird, fragen sie, wollen sie mit uns über Gott reden? So klingt die Folge. Ja, deswegen, ich hatte auch, als ich den Titel, als ich den englischen Titel vergangene Woche gelesen hatte, hatte ich erst so ganz andere Assoziationen. Mir ist so erst, ich hab gedacht, jetzt kommen die roten Priester. Jetzt kommt irgendwas in die Richtung, so wie Light the Way. Genau, genau, deswegen, wegen Lord of Light. Deswegen hatte ich sofort die Assoziationen, aber dann ist mir irgendwann, also ich hab auch nachgeschaut, das ist das Motto des Hauses Hohenturm und das passt ja dann natürlich sehr gut auf diese Folge. Das passt sehr, sehr gut, das stimmt tatsächlich. Ich muss sagen, da bist du mir dann mal tatsächlich eine Nasenlänge voraus. Wer hätte es gedacht, weil ... Yes! Moment, das muss ich mir ganz kurz im Kalender klären. Wo ist hier? Ja, ja. Ich kaufe dir so und so viel Drachenmark dafür. Wir starten auch gleich mit dem ersten Segment, dem Prolog der Geschichte sozusagen. Kein Cold Opener, aber so ein kleiner Strang, so ein kleiner, ja, trotzdem Prolog irgendwie, der den Ereignissen eben in dieser Folge vorausgeht. Vielleicht noch kurz zur Folge selbst, es ist die zweitkürzeste Episode bisher und ist wieder inszeniert von Claire Killner, die wir ja in die vergangenen Wochen schon auf dem Regiestuhl sitzen hatten. Und die wir ja so ein bisschen, wie wir letzte Woche festgestellt haben, so eine eigene Handschrift oder so ein bisschen was Eigenes mit reinbringt, ob sich das hier fortsetzt. Darauf werden wir jetzt später kommen. Es beginnt mal nicht bei den Targaryens. Und auch nicht im Kleinrad. Ja, ich hatte jetzt nicht mehr alle Openings so im Kopf, aber ich glaube, wir waren bisher immer irgendwo bei Rhaenyra oder ebenfalls bei den Targaryens. Und ich war schon erstmal überrascht. Ach, guck mal, wir sehen mal ein paar grüne Wiesen. Wir sind nämlich im grünen Tal. Wir sehen, so und jetzt kommen wir natürlich wieder bei den deutsch-englischen Begriffen so ein bisschen. Also, Runestone heißt es, glaube ich, in Englisch, Runenstein auf Deutsch. Im Deutschen. Den Sitz der Familie Royce sehen wir im Hintergrund. Und eine junge Frau, die da durch die Landschaft reitet. Also, sie sieht zumindest sehr jung aus, aber es ist, wie sich dann herausstellt, Rhea Royce, die Lady des Hauses Royce. Und ja, erste Gemahlin von Damon. Von ihm liebevoll genannt die Bronze Bitch, ne? Ja, also, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass man sie überhaupt zu Gesicht bekommt. Ja. Also, ich hätte, das war für mich so die erste Überraschung, nachdem ich mich erstmal dort eingefunden habe. Ach, wir sind jetzt plötzlich mal im grünen Tal. Okay, was will man denn hier? Und dann sieht man sie ausreitend zur Jagd. Sie möchte Hirsche jagen gehen. Kleiner Verweis vielleicht auf die Folge zwei. Ja. Oder? Ja. Drei. Was sie zwei oder drei mit der Hirschjagd, egal. Und dann trifft sie auf einen Mann in einem Umhang, der da durch das grüne Tal marschiert und mehr oder weniger durch Zufall auf sie trifft. Und diese Fremde entpuppt sich als ihr Gemahl, als ihr Ehemann, Damon Targaryen, der ihr dagegen übertritt. Sie erkennt den tatsächlich auch sofort. Sie erkennt ihn sofort, obwohl er da seine Kapuze auf hat und ja auch seine Haare geschnitten hat und alles. Und ich habe mich auch gefragt, bist du jetzt hierhin gelaufen? Also, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat er seinen Drachen irgendwo abgestellt. Ja, ja, ja. Er kommt da so des Weges gelaufen, als ja, es wäre einfach mal auf gut Glück ins grüne Tal marschiert, in der Hoffnung oder ja, was ist sein Sinn? Darüber können wir jetzt gleich zum ersten Mal diskutieren. Die beiden haben ein kurzes Gespräch miteinander. Jedenfalls nähert sich Damon immer weiter dem Pferd. Das Pferd, auf dem Raya Royce sitzt, bäumt sich irgendwann auf, wirft sie von ihrem Rücken und sie fällt. Und dann? Ja, sie liegt auf dem Boden. Sie haben ja auch vorher, also sie spricht ihn ja an und provoziert ihn tatsächlich auch, ne? Weil, äh... Ja, zu Recht, würde ich mal sagen. Also, wir haben ja in den letzten Folgen kennengelernt, wie, was, also was Damon von seiner, von seiner Gemahlin hält, von seiner Ersten. Ja, und offen bestanden kann man das ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen, weil die scheint jetzt irgendwie keine, kein willnloses Püppchen zu sein. Ich fand sie sehr tapf. Ich fand, ich habe mir erst gedacht, ach, mal noch eine, eine etwas stärkere. Sie ist ja auch eine Lady, eine, äh, ein weibliches Oberhaupt einer Familie, was wir ja auch nicht so oft haben. Also, sie ist ja wirklich, so wie später vielleicht in Game of Thrones, so mal Lady Mormont oder so. Also, sie ist wirklich, ich hatte sie auch als eine starke Frau erstmal, dass sie, ja, dass ihr Werdegang jetzt in der Serie natürlich so kurz ist, nämlich, dass sie dann von, also sie liegt am Boden, Damon ergreift einen Stein und es wird übergeblendet. Aber ich finde diese Überblende auch schon sehr aussagekräftig und später wird es ja dann auch bestätigt, Damon killt sie einfach. Und wahrscheinlich, also, nicht mal so zipperlich. Ich muss sagen, diese Überleitung fand ich grandios, auch wenn die sehr makaber ist. Also, sowas hat Game of Thrones, äh, oder hat man generell im Kontext von Westeros nicht mehr gebracht, seit, ähm, oh, wie heißt der denn jetzt nochmal? Hier bei, ähm, Jora Mormont da irgendwie, äh, Samuel Tharley in den Wunden rumsticht und das wird dann übergeblendet. Und dann die Pastete, ja. Zu, zu essen und Pastete, genau. Daran hat mich das sehr erinnert. Und, äh, ja, es, es, es wird ja nur angedeutet. Also, es wird dadurch nicht wirklich gezeigt, aber es ist trotzdem aussagekräftig. Ja, ich finde eben auch, also dadurch, dass man nicht irgendwas auch zahlt, sondern dass ja dem Fisch eindeutig dann der Kopf abgeschlagen wird, äh, ist es eigentlich sehr deutlich auch, welche, welches Körperteil, äh, Damon vielleicht mit diesem Stein dann eingeschlagen hat. Und mit eingeschlagenen Köpfen oder Gesichtern haben wir es ja in dieser Folge. Was man, was man noch, äh, ergänzen muss, äh, ich weiß nicht, ob ihr das, äh, Inside the Episode guckt auf YouTube. Ähm, da erzählt ja hier tatsächlich der Showrunner Ryan Condell, der ja hier zum ersten Mal nicht am Drehbuch beteiligt war, dass, äh, der Tod von, äh, dieser Ria Royce, äh, eigentlich eine absolute Randnotiz in der Vorlage, also hier Feuer und Blut ist. Ja, und ist auch ja bei weitem nicht so drastisch. Also, ich hab das auch nachgeguckt, weil es mich tatsächlich interessiert hat, wie es in der Vorlage ist, weil ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen konnte, dass das so geschrieben ist. Ist es auch nicht, soweit ich weiß, aber ... Sie fällt, glaub ich, einfach nur, äh, also stürzt vom Pferd, schlägt sich da den Kopf auf und stirbt dann irgendwie neun Tage, nachdem sie, ja, nachdem sie gestürzt ist. Genau, und Ryan Condell war dann aber wohl irgendwie, als er das, äh, Buch gelesen hat, äh, weil er es ja adaptieren musste, ist er da irgendwie stutzig geworden, dass da nicht eventuell doch was im Spiel war und das kennt man ja durchaus auch von Game of Thrones. Sonst, wenn man jetzt zum Beispiel auch an, äh, Robert Baratheon im Königswald denkt mit, äh, dem, äh, dem, äh, Eber-Angriff da, ne, also da war ja auch schon, also der, der Wein machte ihn träge, weil der vergiftet war und der Eber schlitzte ihn auf. Also da ist auch nicht alles immer so natürlich im Ursprungs. Ich muss sagen, ich fand das sehr toll, also so adaptiert man meines Erachtens eine Vorlage. Ja, Stu, was sagst du denn? Also dadurch, durch dieses, durch diese Tat bekommt ja auch nochmal Damon so Beachtung oder seine Taten stehen nochmal im Vordergrund, weil ich, mich hat das tatsächlich so ein bisschen gestört, weil ich da wieder finde, dass da sein Charakter, also wir hatten's, sowieso schon, Damon ist so ein total, so ein Charakter, der mal von, ja, ich kann's irgendwo nachvollziehen, was du machst, bis hin zu, was bist du eigentlich für ein ekelhafter und auch wahnsinniger Dude und ich hab, es wirkte für mich tatsächlich hier wie ein Fremdkörper, wie zusammen gebogen, wo, wo ich, wo in meinem Kopf, wo ich sofort gedacht hab, das wird garantiert nicht so geschrieben worden sein, weil das ist zu, ach, keine Ahnung. Bisschen zu plakativ, ne? Ja, ist dir da irgendwas eingefallen oder wie findest du Damon in dem Moment, du? Also ich muss jetzt hier erstmal, Entschuldigung, äh, ein Geschäftnis machen, ähm, das werden die werten Zuhörer, Zuhörerinnen ja garantiert im Laufe dieses Podcasts herausfinden, ich bin kein Experte, was dieses Franchise angeht. Und bei mir war's wirklich so, er kommt da um die Ecke mit seiner schwarzen Kapuze und mein erster Gedanke war so, hab ich irgendwas verpasst? Hab ich irgendwas vergessen? Was macht der da? Und in meinem Kopf haben sich die Wüstengesachen zusammen spekuliert, denn ich dachte mir, okay, diese Frau auf dem Pferd, die muss wichtig sein, die hab ich vergessen, was ist denn da los? Was ist denn da los? Und dann, ähm, dann bringt er sie halt um, auf auch eine sehr, wie ich finde, fiese Art und Weise, wobei ich ja auch zuerst dachte, ähm, also, sie liegt halt da und er demonstriert nochmal seine Macht, indem er irgendwie über ihren Arm so ein bisschen rumsteigt. Und dann sagt, geht er so weg und dann sagt sie ja noch sowas, so, ne, hast du eine Kasse, keine Eier, mich umzubringen, so nach dem Motto. Ja. Und dann wirft er ihr so diesen Blick um, so, na gut, wenn du es so haben willst, bitte. Und nimmt halt diesen Riesenstein. Also, da liegen halt mehrere Steine rum, aber er nimmt natürlich genau den, der extra groß und extra spitz ist. Ja, ja, natürlich. Spaß muss sein. Und dann kommt ja da von euch schon diese Transition, wie er schon gesagt hat. Und ich konnte über dieser Szene nichts anfangen, wirklich gar nichts. Also, ich dachte mir, was will das? Was soll das? Und am Anfang dachte ich mir so, okay, ist halt Damon. Weil Damon ist für mich so dieser, dieser Asskicker, dieser Typ so, der sorgt für Probleme, dieser, dieser Rebell, der seinen eigenen Weg geht und denen kann man nicht wirklich was vormachen. Und diese Szene hat mir jetzt rückblickend eine Sache endgültig klargemacht. Ich glaube, dass Damon einfach ein Arschloch ist. Ja. Schön zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob ihm das an Facetten nimmt oder, also, ich habe überlegt, wann habe ich ihn, wann, was war die letzte Szene, wo wir ihn letzte Folge gesehen haben? Das war dann ja wahrscheinlich, wo er von Viserys rausgeschmissen wurde. Ja, wo er, wo er auf dem, äh, zu Füßen von Viserys lag, auf dem, äh, Boden und, äh, unter anderem, also, da ist ja dann, glaube ich, diese Situation, wo er, äh, äh, dann, äh, also, da ist ja das, wo, wo Viserys ihn damit konfrontiert, was er da veranstaltet hat in den Freudenhäusern. Und er krönt das Ganze dann da noch mit. Und ich bin mir nicht sicher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir letztes Mal erwähnt haben, dass er allen Ernstes Viserys um die Hand von, äh, Rhaenyra bittet in dieser Szene. Um, um wirklich dem ganzen Wortwörtlich Krone aufzusetzen und nochmal richtig seinen Bruder eigentlich zu provozieren. Man fragt sich generell immer wieder, was der will, was ich toll finde, wie der hier inszeniert wird. Das ist wieder wie in der dritten Folge, man lässt ihn kaum sprechen. Seine, seine, äh, noch Frau in dem Moment oder Gemahlin, wobei die DE nie vollzogen haben, was angedeutet wird, die quatscht die ganze Zeit. Und er sagt wirklich gar nichts. Überhaupt nichts. Und ich musste auch dran denken, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ich glaub, das hatten wir in der vierten Folge schon irgendwie richtig interpretiert in dieser, äh, äh, Bordellszene, äh, warum Damon gegangen ist. Das haben ja die Showrunner dann im Making-of dann auch gesagt, dass, ähm, er, äh, Rhaenyra dort hat stehen lassen, weil sie ihm auf Augenhöhe begegnet ist. Er ist jemand, er möchte Leute dominieren. Gerade Frauen möchte er dominieren. Und er kommt nicht damit klar, wenn eine Frau resolut und tough ist. Und dann weiß man auch ganz genau, warum er mit, äh, Rhea Royce absolut nichts anfangen konnte. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass er in dieser Szene mit Rhaenyra sogar an die erinnert wurde, die er ja wirklich hasst. Und die man sich eigentlich ziemlich, sagen wir ehrlich, Paul, hast du dir die nicht ziemlich langweilig vorgestellt? Also, ich muss sagen, ich war auch am Anfang, war ich total, wer ist das denn jetzt? Also, ich fand, cool, äh, 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 eine, eine, eine taffe Anführerin natürlich. Aber das ist ja natürlich auch wieder das Spiel mit den, mit den, mit den, äh, Beschreibungen, mit den Umschreibungen, mit den, mit den Namen, die denen dort angehangen wird. Mhm. Und, aber, den, den, den Sprung, den Schnitt jetzt, die, die Brücke, ich hab's mir dann vielleicht zusammengereimt, vielleicht wollte er sich jetzt endgültig dann, also, warum sucht er sie überhaupt auf? Ist es, weil er sich vielleicht, wie du gesagt hast, durch Rhaenyra jetzt an sie erinnert gefühlt hat und er will damit irgendwie noch abschließen? Er hat eben diese Sache da noch im grünen Tal, da ist noch was, da, von dem will er sich jetzt irgendwie lösen. Er hatte wahrscheinlich nicht mal vor, sie umzubringen, er wollte es, keiner, ich weiß es nicht, keine Ahnung, er hat sich auch jahrelang nicht mehr blicken lassen. Ich weiß nicht, warum er, was ihn dazu jetzt nochmal bewegt hat. Für mich wirkt es jetzt zum Schluss so, so, ich mach jetzt hier aber mal, genau, und wird aber auch richtig, dass mich, dass, in Einführungszeichen, dass mir das nicht mehr auf die Nerven geht oder dass ich da nicht mehr dran denken muss, weil das existiert dann einfach nicht. Jetzt kann's hochkommen, aber da ist ja jetzt nichts mehr. Ja, weiß ich nicht. Und das ist auch, muss man ja sagen, eine der wenigen Szenen, die Damon in dieser Folge hat. Er taucht dann am Ende nochmal auf, wo er ein bisschen damit konfrontiert wird, aber ansonsten hat er diese Folge nicht viel zu tun. Ja, und er spricht auch halt nicht viel, ne? Wieder, wieder, äh, finde ich generell toll. Ich weiß nicht, ob es das Drehbuch ist oder vielleicht dann doch eher die Regie, wobei er vielleicht auch eher die Drehbücher, weil er hat ja gewechselt in, zwischen Folge 3 und der jetzt hier. Äh, finde ich trotzdem toll, dass man ihn so inszeniert und da merkt man auch, dass, also, Matt Smith spielt halt auch ausdrucksstark genug, ohne dass er genug, äh, dass er großartig, äh, jetzt irgendwie palavern muss, ne? Wir kommen jetzt zu dem, wo wir schon mit dem Umschnitt quasi hingesprungen sind, zum Hafen, wo ein Fisch geköpft wurde. Schlechtes Wetter diesmal, ein Schiff der Degarians sehen wir dann auf hoher See, es ist hoher Wellengang. Ja, also, wenn, wer gedacht hat, dass wir sind, Darius in den letzten Folgen schon nicht besonders als rühmlicher König rübergekommen ist, der, ja, also, der wird hier jetzt, also, hier ist er wirklich, er ist wirklich, in dieser Folge, ich glaube, es gibt keinen Moment, wo er wirklich, oder sehr wenige Momente, wo er wirklich aufrecht steht, wo er mal nicht rustet, wo er mal nicht gebrechlich, Ich fand's fast schon einen Tick zu, zu sehr in your face, aber, äh, darauf, ja, weiß ich nicht, kommen wir ja bestimmt noch das ein oder andere Mal. Wobei es ja eigentlich auch ein schöner Kontrast ist, wenn du siehst, wie er sich da abmüht und rumkotzt und schwankt und wankt, wie das Boot wankt und schwankt und seine Tochter da relativ elegant, grazil und aufrecht stehend einfach umherstolziert. Das ist schon sehr schön bildsprachlich dafür, nach dem Motto, ich glaube, es wird Zeit, dass er endlich mal, also, den Thron abgibt oder so, ne? Sowieso, auch das, auch dieser, dieser unruhige Wellengang, den hab ich dann auch, wenn wir jetzt wieder mal, wir gucken heute mal auf die Bildsprache, das wurde sich ja unter anderem auch gewünscht in den Kommentaren, ähm, dass dieser raue Wellengang natürlich auch so ein bisschen das verbildlicht, was denn gerade innerhalb der Targaryen-Dynastie abgeht. Also, da ist nichts mehr mit hier, wir haben eine Ruhe, wir haben einen König, der jetzt hier jahrelang regiert, sondern, nein, hier braut sich im wahrsten Sinne ein Sturm zusammen, der jetzt eben hier, ja, sehr zum Ausdruck kommt. Und, ja, Viserys, wie gesagt, äh, übergibt sich und dann steht ein Herr neben Viserys, dem jetzt auch schon wie... Ach so, da wollte ich gerade drauf kommen. Genau. Lionel Strong. Lionel, Lionel, ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt. Lionel Kraft heißt er im Deutschen. Lionel Kraft, okay. Ja, ja, aber wir sagen jetzt, äh, Lionel Strong. Ist ja schon die, in den vorangegangenen Folgen immer mal so aus einem kleinen Rat und so weiter, hat auch hier und da mal einen Dialog geführt, war aber noch nicht so präsent. Und jetzt in der Folge ist er auch... Ich bin gerade überlegen, Entschuldigung, ich bin gerade am überlegen, was er vorher war. Ich glaube, Meister des Rechts war er vorher. Irgendwie sowas. Und jetzt steht er da mit, richtig, mit dem Zeichen der Hand. Otto Hightower wurde ja letzte Folge entlassen. Und jetzt sehen wir... In Unehren. In der kurzen Szene einfach, wie er da einfach nur so ein kleines Taschentuch rauszieht, damit sich der... Ohne Witz jetzt, als er da so ins Innere seiner, ich sag mal, Mantel gegriffen hat, dachte ich so, oh mein Gott. Weil ich dachte wirklich ganz kurz so, der zieht jetzt irgendwas Gefährliches raus, ein Messer oder so. Aber dann hatten wir so, okay, nur ein Taschentuch. Der ist voll. Und dann der nächste Gedankengang war aber sofort, es ist vergiftet. Du traust denen echt alles zu, ne? Hast du eigentlich bisher, hast du eigentlich irgendwelche Sympathieträger? Äh, boah. Die Frau auf dem Pferd zu Beginn fand ich recht sympathisch. Aber die hat sich lange geschafft. Und dann wusstest du nicht mal, wer sie ist. Schäm dich. In der Tat ist es wirklich so, dass die Serie bislang für mich sehr arm an echten Sympathiefiguren ist. Was ich aber jetzt gar nicht so sehr als Kritikpunkt sehe. Denn, um mal zurückzugreifen, es gab ja noch diese andere Serie, Game of Thrones. Und da gab es ja auch wirklich viele Figuren, die einfach nur riesengroße Arschlöcher waren. Oder die ganze Zeit waren. Und trotz allem konnte man denen nach und nach Sympathien gegenbringen. Zum Beispiel einen Jamie Lannister. Der halt in der allerersten Folge halt einen kleinen Jungen mal aus dem Fenster wirft. Und nachher, was heißt nachher, aber viel später, dann es durchaus auch Leute gab, die immer dann mit ihm was anfangen konnten auf einer sympathischen Ebene. Deswegen kann das ja hier auch noch passieren. Also nein, es gibt tatsächlich keine größere Figur in dieser Welt, die ich aktuell sympathisch finde. Aber ich finde das eher gut als schlecht. Ja, durchaus. Ja, das stimmt. Bei Game of Thrones war halt der Vorteil dadurch, dass man nicht so viel Zeitsprünge und so weiter hatte, dass man die Figuren dann natürlich auch eine ganze Zeit lang eben begleitet hat und nicht immer so ein Versprünge zwischendrin hatte, wie wir es ja höchstwahrscheinlich nach dieser Folge haben. Genau, Rhaenyra ist auch an Bord. Die turtelt da mit Kristen Kraut über das Schiff. Man sieht sie kurz übers Schiff gehen und dann sehen sie ihren Blick zum Zielort wenden, nämlich nach Driftmark. Sie sind auf dem Weg zum Sitz der Valerians. Und also in dem Moment ist es noch so ein bisschen schummrig, wie gesagt, hoher Wellengang, aber später, da hat sich das Regenwetter dann verzogen, wenn sie dann dort auch an Land gehen. Denn zuvor gibt es aber eine Blende zu einem anderen Anwesen. Und ich habe nicht ganz gesehen, also war es ein Teil von Königsmund? Ja, klar. Ja, siehst du, ich habe ... Das war King's Landing im Regen einfach. Okay, dann habe ich es einfach nicht, weil es so dunkel und so verregnet war, aber es hing ja über alte Garion-Banner. Ja, es ist vielleicht sogar Absicht, dass sie das so inszeniert ist. Also da ist ja, greift ja dann auch wieder die Bildsprache, dass das hier ... Also es ist natürlich nicht sonderlich subtil, aber dass sich jetzt so insbesondere auch in der Hauptstadt irgendwie auch jetzt dunkle Wolken breit machen, weil man muss ja bedenken, Otto Hightower ist ja weggebrochen als Hand des Königs. Und da sowas ... Also klar, Leonis Strong wurde direkt zum Nachfolger ernannt oder relativ zeitnah zu sein. Aber ... Auch so ein bisschen so, wie hat Miserys doch garantiert irgendwie ... Ich weiß nicht, entweder hat er gewürfelt oder hat er ... Wobei, der hat ja hin und wieder mal auch schon ein bisschen so zugeflüstert, vielleicht ... Also das wird ja komplett übergangen, wie er denn jetzt auf Leonis Strong ... Ja, ja, das ist ja auch nicht weiterhin wichtig, aber ... Aber einfach, der Lionel hat ihm einfach ein Lied gesungen. So, wer soll die Hand wehren, hat er einfach gesungen, nimm mich, nimm mich. Tschüss me, tschüss me. Ja, auf jeden Fall, also bei ... Hier zum Beispiel bei Ned Stark in der ersten Staffel Game of Thrones, als der halt gefeuert wird von Robert Baratheon. Oder nee, nee, Quatsch, der schmeißt es ja hin. Also da gibt's auch ein Gespräch zwischen Cersei und Robert Baratheon, wo die dann darüber reden. Und sie sagt dann, ja, ohne rechte Hand wird das ... wird alles auseinanderbrechen. Das Reich ist instabil, wenn es keine Hand des Königs gibt. Aber die gibt es ja hier. Aber trotzdem ist das ja alles sehr unheilschwanger. Mhm. Ne? So wie auch der Dialog zwischen Alicent und Otto, der sich da anschließt. Das ist eine Art Abschiedsgespräch, denn Otto verweilt natürlich nicht länger in der Hauptstadt. Er bricht auf. Alicent drückt ihm dann auch so aus. Also ich wünschte, du würdest nicht gehen. Ich wünschte wirklich, du würdest hier bleiben. Und ich find's, ich find's jetzt schon mal vorweggegriffen, aber ich find's sehr gut, dass Otto jetzt ... Also allein für die Figur Alicent, find ich's gut, dass Otto diese Folge die Abkehr macht. Weil ich finde, dadurch hat Alicent tatsächlich mal was zu tun. Oder bekommt dadurch noch mal ... Also Alicent hat mir in der Episode wirklich besser gefallen als in allen Folgen vorher. Ja. Ja. Es ist so ein bisschen eine schon sehr emotionale Auseinandersetzung zwischen die beiden. Es geht, wie immer eigentlich, wenn sie miteinander reden, um die Erbwölbe richtig. Und Otto beeinflusst und spaltet auch immer noch weiter. Aber irgendwie war's diesmal aus einer Emotion, aus einem Gefühl. Es war nicht dieses eiskalt kalkulierende und total emotionslose, sondern das war wirklich, aus einem Gefühl heraus hatte ich das Gefühl. Haha. Ja, okay. Fahnen im Händen. Gefühler doppelt, müssen wir leider abziehen. Ja. Und wie war das Gespräch? Es bleibt auch Ottos einziger Auftritt in der Folge. Also zum einen fand ich's schade, dass es sein letzter Auftritt in der Folge war. Oder vielleicht sein letzter Auftritt überhaupt. Wir wissen es ja nicht genau. Weil tatsächlich Rice Ivins für mich neben Paddy Constantine der beste Schauspieler ist, den die Serie bislang hatte. Also das war einfach ... Da gucke ich einfach gerne zu. Ähm, ich fand das Gespräch auch schön, weil er ihr das sagt, was wir alle vermutet haben jetzt seit vier Folgen. Und jetzt sagt es halt frei raus, was seine Absichten sind und immer noch waren und was auf uns zukommen wird, nämlich ein Krieg. Das zeigt eben auch, dass er eigentlich sehr gut bei Verstand ist, im Gegensatz zu anderen Figuren. Ähm, und ich bin tatsächlich jemand, der leider Gottes weder mit Alicent noch mit Viserys Tochter, ich nenne sie immer Vanilla, aber sie heißt anders. Es tut mir schon mal leid. Rhaenyra, du sagst. Rhaenyra, genau. So ein schöner Name, ja. Ja, Vanilla ist auch schön, also bitte. Ähm, ich finde die beiden Figuren an sich ziemlich uninteressant. Also die sind für mich tatsächlich mit die langweiligsten Figuren, die da zu Hofe irgendwie rumstolzieren. What? Ähm, und deswegen, äh, finde ich es schade, dass jetzt Otto Hightower vermutlich für immer oder vermutlich jetzt erstmal längere Zeit wegfällt. Ja, und wie gesagt, der König dem jetzt hier auch nicht so gut. Wobei ich es ganz lustig finde, seine rechte Hand geht und seine rechte Hand macht ihm auch körperlich aber beschwert. Oh ja, Bildsprache. Bildsprache, Bitches, Bildsprache. Okay, also das finde ich tatsächlich, also ich finde halt, bei mir ist es genau andersrum. Ich finde Otto Hightower, also von der schauspielerischen Präsenz jetzt mal abgesehen, aber ich finde den halt, den finde ich richtig langweilig, weil der halt nichts anderes war außer dieser ... Der ist ein Stichwortgeber. Das stimmt, das stimmt auch. Und ich fand, bei Rhaenyra hattest du, bei Rhaenyra oder, wie gesagt, Alicent entwickelt sich für mich, wie gesagt, erst eigentlich diese Folge, aber Rhaenyra, da hast du halt so, du hast die Beziehung zu Damon, du hast die Beziehung zu Viserys, zu Alicent, du hast da so viele verschiedene Beziehungsgeflechte, die alle irgendwie anders sind und die ich auch spannend finde. Und er musste sich halt auch noch in diesem riesigen Patriarchat irgendwie beweisen, also da finde ich sie schon deutlich spannender als jetzt zum Beispiel Otto Hightower. Also pass auf, pass auf, folgendes, das ist schon richtig, also ich finde es auch beeindruckend, wie klar ausformuliert Chaos of the Dragon das klar macht, dass es im Prinzip hier darum geht, wie versucht zwei Frauen sich in so einem Patriarchensystem zu behaupten oder überhaupt zu überleben. Ja, aber, und das ist mein ganz großes Problem, die Figuren an sich, von der Schreibe her, sind super. Ich mag die Darstellerin nicht, ich finde, die spielen das nicht gut. Sorry, ist so. Ich finde, ich finde, ich finde tatsächlich, dass ein Paddy, ich kann nicht wirklich aussprechen, aber der Paddy und der Rice, die machen das halt super, den gucke ich halt gerne zu. Und ich finde, dass Alicent und Name vergessen, ich nenne sie Vanilla, egal, die lassen mich kalt, ich finde das nicht gut gespielt, sorry. Ich weiß nicht, woran es liegt. Du warst also, du warst nicht derjenige, der Millie Elk, der die Petition aufgesetzt hat, dass Millie Elk bitte auch noch den restlichen Teil der Staffel Rhaenyra Tegarion verkörpert. Ich halte von Petitionen so absolut gar nichts, wenn es um Unterhaltungsindustrieprodukte geht. Und von gar nicht bei Game of Thrones und Petitionen. Also Petitionen. Es ergibt auch so keinen Sinn, aber ja. Also ganz ehrlich, die Wörter Film und Serie und Petitionen sollten niemals in einem Satz fallen. Niemals. Nein, oder erst recht nicht in diesem Podcast. Ja, okay, aber das kann ich, okay, dann liegt es eher nicht schon. Aber so ist du, ich kann es in Teilen nachvollziehen, was du für Probleme mit den Figuren hast. Ich sehe es aber tatsächlich eher so, also Otto Hightower ist eine Figur, also hier, Rice Evans, da muss er nicht drüber sprechen. Da habe ich ja schon im früheren Cast gesagt, der wirkt hier so in dieser Rolle, als sei der schon immer in dieser Serie gewesen. Aber ja, er hat halt nicht viel zu tun. Und dass er jetzt hier irgendwie auch so ein bisschen on hold gepackt wird, tut ihm zwar nicht gut. Nee, aber seine Tochter, wie ich finde. Ja, 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 das, das, ja, seine Tochter kann sich jetzt wirklich entfalten. Das ist auch, du merkst auch, er muss weggehen, damit sie wirklich an Profil gewinnen kann. Weil ich muss zugeben, Alison hatte ich auch so meine Probleme mit, aber ich fand das irgendwie interessant, weil man, ich hatte halt nie das Gefühl, dass ich so wirklich in sie reinsehen konnte. Die Szene hier ist wirklich stark von beiden, also sowohl Rice Evans, da muss man nichts zu sagen, aber Emily Carey ist hier richtig gut, finde ich. Vor allem, also der Kern dieser Unterhaltung ist ja, dass Otto Hightower ihr vorwirft, dass sie daran schuld sei, dass er gehen muss. Toller Satz. Weil sie ja Rhaenyra geschützt hat, weil sie ihr das geglaubt hat, dass da nichts war mit ihrem Onkel Damon. Und sie wirft ihm dann vor, dass er total verbissen ist, wenn es halt um die Thronfolge geht und dass ihr Aegon ihr Sohn auf den Thron soll. Und dann schenkt er ihr reinen Wein ein, von wegen, der König wird sterben und sobald das der Fall ist, wird Krieg ausbrechen. Rhaenyras Erbanspruch wird geleugnet werden. Und du hast dann, sie hat dann eigentlich nur, um den gelten zu machen, beziehungsweise um irgendwo auch ein Exempel zu statuieren, wird dann Rhaenyra nichts anderes übrig bleiben, als dich und deine Kinder zu richten. Und du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten, also die offeriert er Alicent. Entweder du bereitest Aegon, deinen Sohn, auf den Thron vor oder aber du versteckst dich weiterhin unter Rhaenyras Gewand oder klammerst dich an sie und hoffst, dass sie dir gnädig sein möge. Und man weiß ja, wie gnädig Targaryen sind, ne? Ja, also wie wichtig vielleicht das Gespräch auch ist, verdeutlicht ja auch der Titel. Denn das Haus Hohenturm scheint, beziehungsweise Alicent, also ich finde, das ist wirklich eine Episode, wo Alicents Figur häufig im Vordergrund steht. Eigentlich geht's schon weiter, eigentlich geht's in Driftmark schon rund, aber wir gucken noch kurz auf eine Szene bei Alicent, die jetzt mal alleine in diesem Garten bei dem Wehrholzbaum steht, wo sie ja sonst eigentlich immer mit Rhaenyra oder mit anderen Leuten stand. Mhm. Direkt die nächste interessante Szene, wie ich finde. Und dann schleicht ein Lord heran, der Lord Larys. Lord Larys. Genau. Der, wie sich herausstellt, der Sohn von Lionel Strong ist. Den wir auch schon gesehen haben bei der Jagd in Folge 3. Der, der reingehumpelt kam. Genau, der ist ein Kriegsversehrter irgendwo. Ja. Und, also dann kommt erst mal so ein kleiner Dialog oder so ein kleiner, weil Lord Larys bleibt ja erst mal in so einer Blume stehen und sagt dann noch sehr bedeutungsschwanger, ach, eine Außenseiterin unter den heimischen Gewächsen. Ja. Ich hatte es noch, also ich hatte es noch nie so bei House of the Dragon, aber das war so, das war jetzt schon sehr platt. Also, okay, dieses ganze Bild, dieses ganze Setting, ich fand, ich hatte fast ein kleines Cringe-Gefühl bei diesem Satz. Weil ich wusste, ach ja, okay, ich verstehe auch, dass ihr mir das jetzt hier wieder sagen wollt, aber mir hätte das Bild von Alicent allein in diesem Garten gereicht, um zu zeigen, guck, oder um nochmal zu verdeutlichen, guck hier, sie ist die Außenseiterin, dass er dann nochmal so da reinkommt und das dann nochmal mit dieser Metapher aufs Auge drückt, das fand ich ein bisschen too much, aber letztendlich war es halt dann nur ein Gesprächseinstieg zu dem, was dann noch kommt und zu dem Wiederaufgreifen des Endes von, des Endes, das ist egal, von dem, was letzte Folge am Ende passiert, ist, du, wie hat dir diese kleine, diese kleine Szene gefallen? Da bin ich voll bei dir, Paul. Also, gerade der Anfang dachte ich mir, Leute, das ist jetzt echt too much. Also, allein wie der Typ da so rumgeht, so an diesem G-Stock und dann guckt er die immer so an, so nach dem Motto, so, ich meine es ja nur gut, aber habt ihr schon gehört? Ich hab seinen Namen vergessen, also, ich nenne ihn einfach nur Lord Punchface. Also, das ist so, das hat für mich wirklich, das war für mich wirklich die, in Anführungszeichen, schlechteste Szene dieser Folge. Ja. Also, die hat mich wirklich gestört und das war, also, Game of Thrones kann subtil, oder, oder, das Franchise nennen wir es mal, kann subtil, kann auch nicht subtil, aber das war wirklich, ey, ganz ehrlich, das war eine Flakkanone, die mit Holzhelmern geschossen hat. Ich gebe zu, es war so ein bisschen, ähm, streicht das ein bisschen, dann stimmt's. Es war so ein bisschen, als, als hätte man wahres auf Wish eingekauft, so ein bisschen, das stimmt. Ähm, ich fand das aber, ähm, Dann wird den Namen geändert, den ersten Postal. Ja, ja, genau. Stimmt's. Ja, und dann ist er auch noch versehrt und irgendwie, und, und so, so, mit gespaltener Zunge. Ja, wobei, ich fand das mit diesen, also, er spricht da dann über diese Malven aus Braavos, die da irgendwie gar nicht gedeihen könnten und, äh, sind praktisch ein Fremdkörper. Ja. Das hätte man aber ... Was meint der wohl damit? Was meint der wohl damit? Ja, wobei, wobei, ich fand es, ich fand es in anderer Hinsicht auch noch interessant und da hatte ich mich gewundert, ich, ich, ich hab die Szene auch noch mal zurückgespult, weil ich jetzt noch überlegen war, hat der jetzt Braavos gesagt? Oder hat der Dorne gesagt? Weil Dorne hätte ich interessant gefunden, in Hinblick auf, äh, hier Kristen Cole, der ja schließlich von ganz unten kommt und auch irgendwo, ja, eigentlich ein Fremdkörper ist in, in, in dieser Royal-Welt, sozusagen. Braavos fällt auch erstaunlich oft als Wort. Also, bestimmt jede Folge wird's einmal gedroppt. Ach so, ja. Das Wort an sich. Also, die Stadt. Ja, ja, der Name, genau. Aber es geht ja hier hauptsächlich halt um, um, äh, diese Tee-Geschichte. Die Tee-Geschichte, ja. Der Tee, der auf Geheiß des Königs kam, wie es heißt, und der kam ja auch sogar vom Meester selbst. Und ja, ja, gut, der Typ, also, ich, ich weiß nicht, ich, ich fand den nicht uninteressant, aber ihr habt schon nicht Unrecht damit, dass es so ein bisschen so ein Versuch ist, an, äh, beste wahres Zeiten ranzukommen, ne? Und das schaffen sie nicht so ganz. Das stimmt schon. Ich fand's trotzdem keine schlechte Szene. Ah, ja. Ich muss sagen, so wie er sich halt verhalten hat, hätte der besser, äh, hinter Saruman gepasst, ne? Oder hinter König Theoden als Thema Schlangenzunge-Ersatz. Also, genau. Falls ihr mehr über das Herr-der-Ringe-Universum, sorry, falls ihr mehr über das Herr-der-Ringe-Universum hören wollt, dann hört gern bei den Recaps zu Rings of Power vorbei. Jetzt parallel laufen. Ja. Ja, genau. Ja, ich, ich bin gespannt, wie lange ich dem Burn-out noch fernbleibe. Burn-out. Den Burn-out. Gut, okay. Jetzt warte, jetzt muss ich kurz den nächsten Punkt in meinem Kalender abhaken. Cross-Promo gemacht. So. Ja. Puh, schweig. Mach ich auch jedes Mal, Paul. Du hörst ja nie rein. Zwei. Ja, ihr überzieht ja auch immer so lang. So. Damit das jetzt nicht auch hier der Fall ist, äh, machen wir, machen wir noch Stück, wobei, äh, doch noch nicht, äh, ich fand. Sagen wir noch mal kurz über die Architektur des Garten drehen, in dem wir warten. Ich wollte eigentlich. Und den schönen Wehrholzbaum und das Gesicht. Ich fand, ich hatte ja noch die Befürchtung, dass die letzte Szene gar nicht mehr aufgegriffen wird. Sie wird zumindest hier aufgegriffen. Und dient natürlich auch dazu, Alison nochmal so Gedankenschübe zu geben oder Gedenkanstöße zu geben. Aber so richtig hat's, also, hat sie's, hat sie's jetzt getrunken? Oder nicht? Oder war es einfach wirklich nur ein Tee, weil es ihr nicht gut geht? Oder war es wirklich ein Abtreibungstee? Aber es tut mir leid so sehr, wie dieser Tee da, Thema ist. Das ist ungefähr so, als würdest du sagen, ja, in einem Koffer in Palfiction ist einfach nur eine Glühbirne drin. Da muss irgendwas sein. Ja, 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 ja. Also ganz ehrlich, niemand macht so ein Geschiss inzendatorisch inhaltlich um einen Pfefferminztee. Glaube ich nicht. Da muss halt irgendwas sein. Wer weiß, Claire Kilner schon. Wobei, äh, die, die Schlussszene war ja sehr, die, die, die fand ich ja tatsächlich sehr stark. Also, ja, deswegen, also, ja, mein, na gut, okay. Dann, mehr wissen sie wahrscheinlich auch nicht. Er sagt nur, es geht das Gerücht um, äh, der Prinzessin geht's nicht gut. Äh, und so. Ja, ja, ja. Oh, shit, Sherlock. So, gehen wir aus der Folge raus und wenden uns jetzt mal Driftmark zu. Hey, wir sind schon beim zweiten Gedankenabschnitt, Mensch. Hammer, hammer, driftmark. Ähm, genau, Driftmark, wo Rhaenyra, Viserys und die ganze Kolonne da ankommt. Auf Burghochflut, sollte man. Ja, ich muss sagen, sieht wohl das schön aus. Also, die, die Shots, die es davon gibt, fand ich toll. Auch jetzt, dass ich, äh, da sich dankbarerweise der Regen verzogen hat, kann man das auch so ein bisschen im Sonnenlicht, äh, sehen. Und das, find ich, sehr hübsch. Äh, im Vorgarten, hab ich's jetzt mal genannt, äh, trainiert gerade Laenor mit einem anderen Mann, der sich später dann irgendwann mal ganz charmant als Ritter der Küsse vorstellt. Mhm. Das ist ein richtiger Name, ich jetzt aber, der, kommen wir später nochmal zu, den sagt er später nochmal. Nenn mir einfach Knutschi. Knutschi, okay. Und was schon mal am Anfang, von Anfang an festgestellt wird, ach, guck mal, es gibt überhaupt keinen Empfang. Und, ich glaube, Viserys wär's an der Stelle auch egal gewesen, aber Lionel Strong, der nimmt seine Aufgabe als neue Hand, die nimmt er ernst und beschwert sich erst mal. Also, was ist denn das hier, wo, wo sind denn, wo sind denn die Leute, wo es Lord Corliss? Äh, zum Glück kommt dann aber auch schon das Empfangskomitee bestehend aus Lady Lena, die, äh, ja mal mit, äh, Viserys verheiratet werden sollte. Oh ja, stimmt, vor tausend Jahren. Richtig, heißt ihn da, also sie ist mit, äh, als Kind ist sie mal an Seite von Viserys durch den Garten spaziert und jetzt, äh, empfängt sie ihn. Jetzt ist sie hot und hat immer noch eine scheiß Perücke. Ja, also, schon mal interessantes Statement natürlich von Corliss, der angeblich von seiner langen Seereise erschöpft ist und ihn jetzt in Halle 9, ach so, nee, ich glaube, es ist die Halle der 9, aber es klang, es klang für mich im ersten Moment so. Auf der Gamescom. Genau, so, ja, der, ja, der Lord erwartet sie in Halle 9. Nicht in Halle. Die, die, die Halle der 9, glaube ich. Genau, ja, ja, das habe ich dann auch, äh, ich fand's nur, den Gedanken fand ich kurz lustig, dass es Halle 9 wäre, als hätte er, als würde er in jeder Halle jemand anders empfangen. Ja, ja, ja. Also, ich bin in Folge 3 gewesen. Aber, aber, hör auf. I'm too old for this shit. Und ich kann eh förmlich auseinander. Ja. Ich glaube, was halt bei ihm, äh, heraussticht ist, dass er halt weiß, wie sich Macht anfühlt und wie es, vor allem wie es ist, Macht zu haben oder zu besitzen. Und das ist ja wieder hier Bildsprache, weil er ja davon berichtet, dass er ja die ganze Zeit schneidet an diesem Thron, ne? Das ist natürlich in Augen schon relativ klar, dass, äh, dass dieser Thron halt, äh, von außen betrachtet, äh, sehr schön aussieht und, äh, erstrebenswert ist anscheinend ist, sich darauf niederzulassen. Aber wenn man einmal drauf sitzt, merkt man relativ schnell, ähm, ne? Das, äh, ist, äh, nicht günstig. Und es gibt ja wohl auch die Theorie, äh, dass er vielleicht auch deswegen so krank ist, weil er sich einfach so auf seinem Ding verletzt. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Äh, das sollen andere entscheiden. Ähm, aber ich muss auch sagen, dieser Thron, den finde ich viel epochaler und schöner als den aus der, ich nenne sie mal Mutter-Serie. Ja, ja, ja. Ach, nur wegen den paar, paar Pfeilen. Oh, ein paar, hast du das mal gesehen? Ja, nein, ist schon, ist schon. Also es tut mir leid, also, also im Gegensatz dazu war, ja, okay, im Gegensatz dazu war das Butter-Serie. Ja, okay, 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 dann gebe ich dir recht. Gut, wir, wir, wir gehen nicht in den Thronsaal, wir gehen in einen anderen Saal. Den von Driftmarkt. Genau, in Halle 9. Ähm, wo ich, wo ich, ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, äh, ich musste da erst mal nachdenken, weil, ich fand das so seltsam, äh, in manchen Szenen reden sie von Driftmarkt und dann wiederum von Hochflut. Und da war ich wirklich am überlegen, weil ich hab's ja, äh, wie gesagt, auf Deutsch gesehen, äh, Schande über mich. Und, äh, da war ich wirklich so ganz kurz am überlegen, haben sie hier irgendwie Scheiße gebaut bei der Übersetzung? Aber nee, Driftmarkt ist die Insel und Hochflut ist die Burg, auf der sie sich jetzt befinden. Ja, ne? Okay, also dann gehen sie jetzt durch Hochflut. Hochflut kommt vor dem Fall. Ähm, und werden dort durch die, durch die Gänge geführt. Äh, die Männer dürfen natürlich ein Stückchen weitergehen als die Frauen, die da wortwörtlich vor der Tür einfach stehen gelassen werden. Äh, Lena. Wird ausgesperrt. Genau, Lena ist da, also führt Rhaenyra dann weg und da, also ich erwähne das jetzt nur, weil es in dem Moment, das war für mich irgendwie total seltsam, weil wir ja in Folge 2 diese Lena als Kind gesehen hatten und Rhaenyra, die die beiden dann bei ihrem Spaziergang da beobachtet hat. Und jetzt sieht Rhaenyra halt immer noch gleich aus, also für mich. Und Lena ist jetzt einfach eine junge Frau und, also ich finde, sie sehen fast gleich alt aus. Und das hat mir so kurz aus der Bahn geworfen, weil ich das, ja, ich weiß nicht. Das ist etwas seltsam. Wir sind ja, äh, ich glaube, Lena ist ihre Cousine, ne? Ja, genau, richtig. Ja, also wegen Rhaenis dann. Wegen Rhaenis, ja. Was wir ja vor allem noch auf Driftmarkt sehen, das ist eher so beiläufig, aber finde ich ziemlich toll. Durch die Gänge. Äh, hm, was? Die Gänge, äh, da gibt's schöne Wandgemälde und Schäden. Ja, Wandgemälde von Seefahrern, oh mein Gott, war das toll. Ich will, ich will, äh, äh, ähm, hier, äh, raus, Grüße gehen raus an HBO-Chef Casey Bloys. Ich will ein Corlys Velaryon-Spin-Off, danke sehr. Das heißt einfach nur The Sea Snake, so. Praktisch so eine Art Schäft mit Segeln, ja? Das wäre mega geil, wirklich. Ja, hier ist es erstmal mehr Kulisse, also man sieht auch nicht wirklich mehr davon, ich meine der, äh, hier Halle 9, also die Halle der 9, die ist schon, ist da auch nochmal sehr schick eingerichtet und da treffen dann Viserys und Corlys aufeinander. Ich hatte ja auch erst überlegt, warum lässt er ihn jetzt warten, ist er vielleicht doch noch ein bisschen angeschlagen, dass Viserys so, äh, Lena irgendwann mal abgeschlagen hat. Und lässt ihn deshalb da erstmal vor der Tür sitzen und lässt ihn dann auch noch von Lena abholen, äh, das könnte ich mir vorstellen, äh, aber eigentlich begegnen sie sich immer noch, also er begegnet ihm natürlich auch noch mit dem gewissen Respekt, verbeugt sich auch noch alles und so weiter. Und... Ich glaube auch, dass Corlys das wertschätzt, das wird sicherlich auch zu ihm durchgedrungen, oder er sieht's ja, dass Lionel Strong jetzt dahinter steht, ihm wird das, er wird das wohlwollend aufgenommen haben, dass er sich von Otto getrennt hat, denn Otto war ja schließlich der Einflussnehmer, der ihn dann von der Wahl der Tochter hat abbringen lassen. Ja. Genau, da kommt schon an dieser Stelle kurze Sprache, dass, äh, Lady Rhea Royce leider verstorben ist, bei einem Jagdunfall, abgeworfen vom Pferd. Mhm. Obwohl sie als fähige Reiterin und Jägerin galt und das wird schon ein wenig, äh, äh, ja, skeptisch beäugt, sag ich mal, ne? Von so allen, die darüber reden in dieser Folge, so insgesamt. Wie Serious ist das eigentlich ziemlich egal. Ja, der hustet sich eh einen ab wie Walter White nur noch, ne? Da war, fand ich, da fand ich, war der erste Knaller, wenn man einfach nur ganz trocken sagt, können wir vielleicht mal zu was Erfreulicherem kommen. Und er, Corlys, dann einfach das Angebot unterbreitet, was wiederum ja eigentlich auf einen Anstoß von Otto beruht, oder? Weil er hat doch gesagt, hier, ihr müsst mal wieder die Valerians zurück ins Boot holen. Weil, äh, weil, äh, weil Lena ja zu dem Herndarft von Braavos, äh, verheiratet wird. Ähm, und, ja, Corlys begegnet ihm erstmal, ja, okay, da würde er aber gerne noch bei Einzelheiten klären, wie zum Beispiel die Erbfolge. Schon wieder. Oder, wie Serious, das ist wirklich ein Moment, wo, wo der ja stark bleibt, ne? Oder wo er vielleicht auch so ein bisschen eigensinnig oder so ein bisschen, wie so ein, wie so ein kleines Kind, so auf seiner Meinung, nein, das, Rhaenyra ist jetzt die Erbin und das ist so, ja? Und dann finde ich aber auch schön, dass er sagt, dass egal, welches, äh, welches Geschlecht der Nachfahrer hat, der soll das nächste Erbe sein. Also auch, also, er könnte ja damit den, die Erbfolge revolutionieren oder zumindest, zumindest legt er hier so, so die, die, die Grundsteine dazu, Corlys versucht dann natürlich wieder so mit Tradition und zu sagen, ja, hier, aber eigentlich nehmt er ja immer die, nehmt er ja immer den Namen der, der Väter an. Den Nachnamen, den Nachnamen, der Väter an. Also Velaryon in dem Fall, genau. Viserys, äh, der Compromise King, äh, sagt dann, ja, okay, sie dürfen den Namen, äh, behalten bis zum, bis zum Hochzeitstag, also bis zum, äh, bis sie den, bis sie den Thron besteigen, ne? Genau. Und, ne, bis, bis, bis der erstgeborene, äh, Nachkomme dann den Thron besteigt. Genau, richtig. Der soll dann unter dem Namen Targaryen herrschen. Äh, man merkt auch, dass sich, äh, Viserys von dieser Verbindung natürlich, er nennt es nämlich, also hier die Häuser Targaryen und Velaryon nennt er die zwei Säulen Valyrias. Die sollen wieder im Blute, äh, stärker verknüpft sein und, äh, letzten Endes, äh, äh, spekuliert Viserys, also das zieht sich auch sehr durch die Folge, wie ich finde, äh, spekuliert auf eine neue Generation der Targaryen und weitere 100 Jahre Drachen, äh, Haus, Haus des Drachenherrschaft. Ja, auf. Am Ende kommen sie da mit diesem Kompromiss überein. Auf Prestige und auf ein, ein Ausdruckvermögen über, also in die Geschichtsbücher, er möchte ja schon irgendwie so das Neue, Neu begründen, er sagt ja auch später, wo werde ich in den Geschichtsbüchern und so weiter stehen, was jetzt auch so nicht das, nicht das, das Neueste ist, aber. Ja, Paul, du hast doch noch jemanden vergessen und zwar, äh, Sibel Reynes. Ja, ja, naja, dann, ja, genau. Das hätte ich jetzt gesagt, Reynes kommt dann nämlich, stimmt, die kommt noch vorher natürlich, äh, fast euphorisch reingestürmt, also sie ist wirklich so von allen, die in dem Saal stehen, gut, sie hat ihn wahrscheinlich auch lange nicht mehr gesehen durch auch die Auseinandersetzung mit dem Crabfeeder, kommt sie da wirklich, ich hab kurz gedacht, die fallen sich wirklich um den Hals, also weil sie wirklich so, aber sie bremst sich dann noch und sagt, und sie ist auch die, wirklich diejenige, die, auch sehr besorgt, äh, um ihren Bruder ist es ja, ist. Genau, vor allem bemerkt sie ja auch, äh, das mit seinen Fingern, ne? Mhm. Das, äh, also da merkt man wirklich dran, dass sie den lange nicht mehr gesehen hat, übrigens, äh, schöne Grüße an den, äh, Kollegen Torben, dem ist das ja in der dritten Folge, glaube ich, aufgefallen, dass hier tatsächlich, äh, einmal bei Viserys, also wir haben das gar nicht weiter kommentiert mit seinen Fingern, er hat hier dann irgendwie nur noch Stummel im, äh, Laufe der bisherigen Folgen. Und an einer Stelle haben die Visual-Effekts-Künstler anscheinend vergessen, das rauszurändern und deshalb hat Pally Considine 2 so, ich sag jetzt mal, Fingerkondome, äh, grüne Fingerkondome, äh, an der Hand. Oh nein. Wo er irgendwie dem Herold was übergibt, ja, ja. Oh nein. Ist aber schon korrigiert worden. Ja, ja. Es war immerhin kein Kaffeebecher, ne? Es waren so Kondome, na gut. Äh, du, wie, wie, äh, gefällt dir denn eigentlich Cornus Velaryon? Das wäre auch meine nächste Frage, vor allen Dingen auch in Bezug mit Reynes und, also, ich bleib immer noch dabei, ich hätte, ich möchte eigentlich, ich würde gerne mehr über dieses, ne, Spin-Off nicht, aber ich hätte einfach, dass sie mehr noch teil oder dass man halt noch mehr über diese Figur oder über dieses Haus, aber ich bekomm's nicht, weil es heißt House of the Dragon, du, bitte. Also, diese Episode nenne ich immer, wenn die, ich nenne es mal Erwachsenen, interagieren, möchte ich zusammenfassen als Zweiteiler mit Überbegriff Autohaus. Weil diese, also, das erste war halt diese Verhandlung, wo, wo hier, ähm, wie Cyrus halt so sagt, ey, willst du nicht meine Tochter heiraten? Und dann kommt diese Verhandlung, das hat mich so ein bisschen erinnert, so, pass auf, Lederausstattung. Ja, okay, aber, dann, dann, dann will ich aber auch ein extra Ersatzrad haben. Ähm, und ich fand's aber auch schön, dass er trotz aller Gebrechlichkeit immer noch relativ gut klargemacht hat, wer der, der König hier ist. Mhm. Ähm, das fand ich eine sehr schöne Szene. Und, was ich auch eine schöne Szene fand, die mich dann, das ist dann jetzt der zweite Teil zum Thema Autohaus, ist, wenn dann, ich hab seinen Namen vergessen, das ist der, der Chef da, mit den, mit den Dreadlocks, seiner Frau dann erzählt. Ähm. Ja, ist der Fall ist Melarion. Ja, warum können die nicht einfach Gerd oder Waltraud heißen? Das wäre für mich einfach, das tut mir leid. Ja, natürlich. Deine Frau heißt vielleicht Waltraud. So. Ja, das heißt so viel wie die, die sich in den Waldraud, egal. Also, ähm, wenn, wenn die sich unterhalten und sie macht ihm halt klar so, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich hab so auf Königreich Regieren keinen Bock. Und das erinnert mich so ein bisschen an so dieses, äh, ja, klischeehafte Autohausgespräch. Schatz, du nimmst die Erstklasse. Ich hätt lieber ein Chor seit, du nimmst die Erstklasse. Fand ich auch eine schöne Szene, die auch mal wieder erneut zeigt, äh, dass es hier, glaub ich, wirklich um eine weibliche Perspektive geht oder nicht Perspektive, aber dass eben die Frauenfiguren die wichtigeren Figuren sind, weil die halt eben wirklich unter ihren, ich sag das mal ganz klar, Mackern auch ein bisschen leiden müssen. Also, ein bisschen ist gut, teilweise sehr, denn man kennt halt, also man kennt dieses Universum, man kennt dieses Franchise und man weiß, aus solchen Verbindungen kommt meistens nichts Gutes heraus. Also, dass ich dann eher sage, Junge, ich kenn dich nicht und deine Frau auch nicht, aber sie hat recht. Kauf den Opel Corsa, lass die Erstklasse zu Hause. Ist wirklich gut ausgehen. Ja. Ja, du nennst die dann nur noch jetzt Corsa Velaryon, wahrscheinlich. Corsa Velaryon, klingt passend. Ja, klingt passend. Corsa und Tingo, die, die, hier, die, äh, die Herrscher der Dreiecksinsel. Ich, ich mach mich hier unbeliebt hoch zehn, aber okay. Ja, ach, äh, ist der Ruf, er es ruiniert, du. Ich möchte auch nur anmerken, dass ich es war, der herausgefunden hat, dass in Folge 3 Brother Louie läuft, um und dann vorgängst du. Ja, die GEMA sagt uns Bescheid. Ähm, es gibt da aber noch eine andere Szene, äh, am Strand. Ja, warte, wir, 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 aber da, wenn wir jetzt einmal in diesem Saal sind, dann machen wir noch gleich die, die zum Ende zwischen Reynis und, äh, Corliss. Wie sehr toll ist die Szene? Ja, finde ich auch. Am Anfang sieht man ja, äh, Corliss betrachtet ganz stolz die Maske des Crabfeeder. Und dann wird auf ihn, äh, auf ihn geblendet und dann gibt's diesen kurzen, dass Viserys sich schon wieder hingelegt hat, bevor er da zurückreist, weil, ja, gut, war auch anstrengend. Er hat ja auch den Stuhl abgelehnt in der Szene zuvor, also, er hat ja wirklich versucht, da noch seine Präsenz irgendwie zu wahren, obwohl man ihm halt wirklich absieht, dass, ja. Ja, und ich hatte so ein bisschen Gefühl, also, Reynis sagt es ja auch, dass sie sich um den Sohn sorgt und dass sie auch einen Krieg befürchtet, wenn sich eben die Erben, also Aegon und so weiter, gegen Rhaenyra und Laenor stellen. Das ist eigentlich so ein bisschen die andere Seite der Medaille, äh, von dem Gespräch mit, äh, Otto und Alicent. Wollte ich gerade sagen. Ja, und, und, da stimme ich auch Stu zu, hier kommt auch nochmal zum Vorschein, wie gut Reynis dieses Spiel kennt und halt auch schon, wie sie Corlys auch schon so weit voraus ist, weil er ja noch sagt, you should be queen of the seven kingdoms, also, ihr ist nochmal so, ein bisschen die Nase reibt, aber Reynis sagt, ey, damit hab ich jetzt irgendwann mal, also, abgeschlossen, ne, das ist jetzt nicht mehr, es ist jetzt, äh. Ja, die hätte schon Maybach haben können, aber sie gibt sich jetzt mit dem Ofe Corsa zufrieden. Und ich finde, also, diese, solche Szenen machen mich dann immer noch neugieriger auf das, ach, ich würde auch gerne mal so ein Gespräch zwischen den beiden so ganz abseits von diesem Throngeplapper und von diesem Intrigenspiel, so, einfach mal abseits, so, wenn sie sich, ich weiß. Hause mehr Bitszenen. Über, nein, nein, sondern über, übers Wetter, nee, oder über das, so, wie sich dann, wie sich, wie sich Laina und, wie sich Laina und Rhaenyra dann am Strand über Enten und Gänse unterhalten, ja? Ey, so, aber das, diese, diese Szene mit den Enten und Gänsen, also, es war, also, ganz ehrlich. Und auch unbeholfen wirken. Ja, aber, aber der Typ, also, der war ja so unbeholfen, wo ich mir dachte, Gott, Kind, also, jeder weiß, was gemeint ist. Ja, wirklich. Die labert da irgendwie, ja, ich esse Ente lieber als Gans, weil Ente hat mir zu viel Fett dran und im Grunde genommen geht's nur darum, äh, also, äh, Rhaenyra und er schließen da eigentlich schon irgendwie einen Deal, also, die haben nichts gegeneinander, aber die, äh, sind jetzt auch nicht so scharf darauf zu heiraten, aber sie, äh, Rhaenyra fasst dann den Entschluss, sie akzeptieren das jetzt, erfüllen ihre Pflicht sozusagen, da merkt man, da hat auch schon viel von ihrem Vater abgefärbt über die Jahre, ähm, und, äh, Dann, äh, nachdem die ihre Pflicht erfüllt haben und ihren ehelichen Pflichten auch nachgekommen sind und gegenüber dem Reich, äh, danach kann jeder das Essen, in Anführungsstrichen, was ihm mundet. Ja, und das kommt ja dann in der Szene zwischen Rhaenus und Corlys auch nochmal zum Tragen, denn, äh, Rhaenus sagt, äh, äh, zu, zu, ähm, zu Corlys, also, sie macht sich ja unter anderem deswegen um den Sorgen, weil, ja, du kennst ja sein wahres Wesen und dann tut es Corlys so ab mit, ach ja, das verwächst sich. Und was das dann ist, das sehen wir dann ja, äh, in der Szene darauf. Das fand ich so, also, weil, das wird hier noch so ein bisschen, weil ich hab's erst so interpretiert, dass das wahre Wesen, also, weil er ist halt wirklich noch so unbehofft, er ist wirklich noch ein Kind, also, ich find, er ist noch mehr, noch, noch mehr Kind als Rhaenyra, wo wir ja schon immer gesagt haben in den Folgen zuvor, sie kommt noch sehr kindlich rüber. Ja, die ist ja auch sehr dominant gegen ihn. Also, ich hab ihn nicht als kindlich wahrgenommen, sondern eher so ein bisschen als naiv vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen, dass er so seiner eigenen, in einer, in einer, in unbeholfen, dass er so ein bisschen seine eigene Gedankenwelt, äh, verbringt, so wie ich, hallo. Ähm, äh, und mir war relativ, also ganz ehrlich, gleich beim ersten Mal, wo sie gesagt hat, so, weißt du, die einen essen halt lieber ganz und die anderen essen halt lieber Ente, weil mir klar ist, sie will damit sagen, er ist schwul. So. Ja, 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 ne? Und das ist also quasi so, pass auf, äh, mein Papa und meine Mama, die voll, die fahren bald S-Klasse und haben eine größere Garage, die müssen uns dann teilen, pass auf. Du! Ich geh nach links und Töpfer, du machst deine Macker, Roni Bilder rechts und die Mitte müssen wir halt gemeinsam füllen. Das ist so, okay. Das ist die Essenz von dem, was sie, ich, aber weil ich, weil ich darauf komme, dass, dass er, dass er auf mich noch, äh, Entschuldigung, wir springen hier gerade so ein bisschen, aber das ist ja alles so, was sich eben auf Driftmark so abspielt. Äh, das ist dieses, dieses kindliche oder ja, halt auch naive, aber auch immer noch dieses, dass er sich dann da mit seinem, mit seinem, mit seinem Ritter, der Küsse, da noch so ein bisschen so kappelt, weißt du, dieses. Ja, du, der ist, der ist, der ist jetzt keine, keine grantige 30 oder 40, wie ich jetzt, aber der ist auch jetzt nicht mehr 12. Also ich finde, der, also ich weiß nicht, wie alt er ist. Nein, aber von seinem Verhalten hin. Du entdeckst gerade seinen inneren Lenor. Ja, du, der ist halt einfach ein junger Erwachsener oder ein, oder ein älterer Teenager, der halt eben jetzt so. Ja, ne, älterer Teenager, damit gehe ich mit. Ja. Und wenn der halt eben für sich, also erkannt hat, okay, äh, ich bin halt homosexuell, äh, dann okay, kann er gerne machen. Äh, sein Vater, wie gesagt, verwechst dich, fand ich, war ein schöner Satz, so, das verwechst dich. Das, ne, äh, ja, da ist ja dann auch, ähm, was ich dann aber schon bemerkenswert finde und ist, äh, unterstreicht diese ganze Szene hier in Driftmark, äh, die Velaryons, die scheinen mir ehrlich gesagt gar nicht, ich sag jetzt einfach mal so salopp, so unglaublich konservativ zu sein wie andere Familien, weil, äh, da scheint, da scheint ja irgendwo ein offenes Geheimnis zu sein, dass der Junge. Zumindest unter denen, du weißt nicht wie, ja, weiß ich nicht. Ja, 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 äh, natürlich halten die das innerhalb dieser Mauern, aber zum Beispiel sagt dann auch Corlys, er will ja für Reynes, äh, äh, er will, er will ja Gerechtigkeit für sie und er bezeichnet die, die Ignoranz der Herren von Westeros, man muss natürlich bedenken, er kommt auch woanders her, äh, äh, also von wegen, dass die keine Frau auf dem Thron haben wollen, das sieht er als grauenvollen Irrtum an, 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 stelle. Also, allein deswegen will er das schon machen. Ja, äh, äh, irgendwo offenbart er sich da sogar als Feminist, hab ich das Gefühl. Wobei ich da die Frage in den Raum stelle, äh, ist er wirklich Feminist oder sagt er das nur, weil seine Ehefrau selbst auf dem Thron sitzen würde? Ja, also ich glaub nicht, dass er Feminist ist, allein was er über... Nein, 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 nee, das, das war jetzt auch ein bisschen, bisschen, äh, überspitzt, aber... Nee, aber kurz, ja, ja, ich hab mich auch gefragt, ob sie daraus aus dieser, äh, aus dieser, ja, aus dieser Heimlichttuerei, die sie ja trotzdem haben zwischen, äh, Leynor und dem Leibwächter da, ob sie da so ein großes Geheimnis natürlich, weil der Leibwächter, der marschiert ja dann auch später in vorderster Front mit. Also der ist schon sehr... Ganz ehrlich, das ist auch so ein Leibwächter, wenn du den an deiner Seite hast, das, das ist so wie, als würdest du dir einfach eine Zielscheibe aufs Gesicht malen, wirklich. Habt ihr, habt ihr den Namen gehört von dem? Ja, warte... Gottfried Leumund. Ach, genau. Sie nannt der Ritter der Küsse. Genau, Ritter der Küsse, das hab ich, das ist mir in Erinnerung geblieben. Wer, wer hatte hier noch Loras Tyrell-Vibes bei dem, aber sowas von. Stimmt. Wirklich, der Ritter der Blumen. Also ich fand, ich fand kurz, diese kleine Szene zwischen Leynor und ihm, die fand ich echt, die fand ich echt schön. Die war wirklich, die war schön. Weil es, weil es, wie gesagt, dieser, ich hab halt das Gefühl, diesem Leynor wurde in der Szene fast mehr Profil gegeben als seinem Vater bisher in der Serie, um es mal ganz überspitzt zu sagen. Ja, das stimmt. Der hat natürlich auch einen Konflikt irgendwie, Leynor, ne, der hadert ja irgendwie mit dem... Ja, der hat, der hat total, also ich finde, ja. Finde ich sehr interessant. Also würde ich auch, wie gesagt, würde ich auch wieder mehr sehen wollen, aber kriege ich wahrscheinlich nicht. Aber es, es erinnert, äh, dann im Spin-Off. Du willst ja, äh, ich mach, ich muss ja immer wieder das Velaryon-Spin-Off, äh, äh. Nee, aber ich will keinen Spin-Off, ich will keinen Seefahrer-Spin-Off. Doch! Äh. Das wird geil. Also, es du, du jetzt nicht auch noch. Ähm, es erinnert aber auch so von, äh, von Konflikten, also nicht nur, wie die Szene, äh, aufgebaut ist, sondern auch so der Konflikt erinnert auch sehr an, äh, Randy Baratheon und Loras Tyrell in Game of Thrones, ne? Ist ja eh nicht, dass man so einen Zweck eher eingehen muss. Und vor allem dieser Gottfried ist auch gewitzter, als man denken würde, wer der sagt, der dann auch, also, äh, ich glaub hier, Lenor erzählt dem ja von dem, Lenor, ich, ich muss immer an Waschmittel denken, es tut mir leid. Ähm. Äh. Äh, 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 der Zweitname ist Schuldingsfrisch. Genau. Gott, das wird, das wird mit Abstand der längst so lustigste Cast hier, ich merk schon. Äh, äh, also der, der unterrichtet ihn ja von dem Deal, den er da geschlossen hat mit, äh, äh, Rhaenyra und der ahnt dann auch schon, dass Rhaenyra ja wohl selber irgendwie einen Geliebten hat, ne? Mit dem sie in Wahrheit eigentlich rumschackern will und nicht mit, äh, mit dem Mann, den sie dann eigentlich nur wie zu so einem Werbespot heiratet. Ja. Von, von. Ich möchte noch kurz, schon, ganz kurz, ich wollte nur sagen, dass ich auch fand, dass, äh, obwohl ich ihn optisch als Leibwächter sehr, also nicht besonders imponierend finde, war der hier, der Graf der tausend Küsse, äh, dann doch eine, trotz seiner kurzen Präsenz, doch eine sehr interessante Figur. Problem ist halt einfach nur, weißt du, die einen essen ganz, die anderen Ente, er isst halt später nur Faust. Aber dazu dann, ja, später. Wow. Wegen diesem Spruch hast du jetzt meine Überleihung. Okay. Ähm. Nein, was ich sagen würde. Der Gärte war. Das wird rausgeschnitten. Ja. Von, 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 von dieser, ja, von dieser stimmungsvollen Szene oder von dieser durchaus ein bisschen romantischen Szene, kommen wir jetzt zu einem anderen Liebesbeweis, der in vielen Belangen so ein bisschen das Gegenteil darstellt, finde ich. Wir gehen zurück aufs Schiff. Äh, und dort ist es. Das ist im Grunde der genaue Gegenentwurf. Oh, und es ist, also, ich fand, ach, ich fand diese Szene wirklich unangenehm. Zwischen Kristen Kraut und Rhaenyra. Mhm. Und seit, seitdem, äh, Kraut und Rhaenyra ja in der letzten Folge, das haben wir ja gesehen, schon so ein kleines Dechtelmechtel zusammen hatten. Ach was. Ähm, sind, sind sie ja. Aber ich hab das Gefühl, dass die Serie denkt, dadurch, dass sie das letzte Folge jetzt so, das so miteinander so hatten, ist die Figur jetzt als vollständige Figur etabliert. Also, ich hab das Gefühl, dass die wirklich, also, dass sie glaubt, dass die, dass es ausreicht, diese Figur jetzt hier facettenreich oder irgendwie so in Szene gesetzt zu haben, dass ich ihr, dass sie jetzt Tiefe bekommen hat. Und dass sie jetzt hier so komische Sachen machen kann. Also, ich fand, ich fand es wirklich einen sehr seltsamen Dialog. Und ich konnte damit auch wirklich, also, wahrscheinlich war ich auch mit der Figur des Kristen Kraut, der wirklich, also, der für mich, pff, auch wirklich ein Platzhalter oder so ist. Nicht, wie ob ich so ein, so ein Lord Schmalzlocke. Oh, ja, ich, oh, also, ich, ja, ich weiß es nicht. Und dann kommt dieser, dieser wirklich sehr, sehr verklärte Dialog zustande, dass er doch, ach komm, lass uns doch einfach, auch diese, von wegen hier Klischee, genau, lass uns doch, da kennt dich nie. Oder dann, dann fahren wir dort weg und niemand kennt uns, wir können doch mal neu anfangen. Ich, oh, ich mochte das gar nicht. Ja, er will sie halt, der springende Punkt ist da halt, dass er sie wirklich, äh, äh, heiraten könnte, dann, das wäre dann wirklich eine Liebesheiratung. Ja, ja, schon klar, aber er sagt, Liebesheiratung Westeros, also, ich bitte euch. Ja, ja, es kommt ja nicht zustande. Es erinnert natürlich auch sehr an das, was, ähm, und das dann im Grunde genommen auch von den Geschlechtern umgedreht. So was ähnliches schlägt nämlich hier Shae, also Sebekki Kili, äh, äh, hier Tyrion Lannister vor. Ja, aber ich finde, sie macht, also, ein Schiff nach Pentos nehmen und dann wieder zurückkehren. Ja, aber sie macht das auf eine Art und Weise, zumindest wie ich es in Erinnerung habe, die deutlich zurückhaltender ist, als wie er es macht. Also, ich finde ihn sehr, sehr melodramatisch. Ja, aber, wie gesagt, ich finde, die Figur an sich ist auch nicht mein Favorit. Und er macht ja später auch noch eine Sache, wo man sich auch denkt, der Typ ist auch ein bisschen dumm. Aber, ich glaube tatsächlich, Ja, tatsächlich, ich glaube tatsächlich, eigentlich genau das, was, äh, Shae da macht. Im Prinzip war die Absicht gut und richtig. Ich glaube nämlich, wenn sie jetzt gesagt hätte, jo, lass mal machen, lass mal Las Vegas gehen, oder wie immer das Las Vegas von Westeros heißt, heiraten und die, und die, ich wusste, dass er das weiß, und, und die Scheiße einfach hinter uns lassen, ich glaube, dass sie rückblickend weniger Probleme hätten, als die, die jetzt doch auf sie zukommen werden. Ja, ja, das, 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 das stimmt. Ja. Vor allem darf man nicht vergessen, der hat ja, äh, da kommt er ja auch drauf, also der ist ja, äh, Mitglied der Königsgarde, und wie Jaime Lannister hat er ja eigentlich keinen Anspruch mehr auf, auf Titel und hat ja auch ein Keuschheitsgelübde geleistet, was er dann ja damit besudelt hat. Ich hab's gebrochen. Ja. Hm? Ja, ja, er hat gesagt, ich hab's gebrochen. Ich habe keinen, mein weißer Umhang ist beschmutzt. Genau, er hat das Einzige, weil, man darf nicht vergessen, er kommt von ganz unten. Äh, und der hat das Einzige, was, was, was eigentlich irgendwie Ehre für sein Haus, Hauskraut oder, äh, Kohl hatte, hat er besudelt und, ja, mit dieser Heirat will er irgendwie auch so ein bisschen sich von Schuld reinwaschen, ne? Weil das wirkte, ehrlich gesagt, ähm, ich muss sagen, da wirkte der, Entschuldigung, da wirkte der Dialog auf mich auch irgendwie etwas seltsam, weil erst sagt er, oh ja, lass mal durchbrennen und, ach, ich fühl mich so schuldig, ja, denkst du, wolltest du nicht gerade noch mit ihr durchbrennen? Ach so, ach, ach, ja, genau. Damit willst du dein Gewissen erleichtern. Die hat so gerade eben noch mal die Kurve gekriegt beim Skript, ne? Das sind halt, das sind so, 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 also, passt schon so Teenager-Gespräche, weißt du, wenn so zwei typische Reden und dann miteinander und der eine hatte halt schon Sex, der andere so, ja, so toll soll's ja gar nicht sein. Aber wie ist es denn so? Ja, äh, sagen wir's mal so, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, aber die, äh, Drehbuchauterin Charmaine de Great, äh, die hat unter anderem voll für Serum Viva 100 geschrieben, ne? Vielleicht kommt das da auch ein bisschen durch. Ich fand, ich weiß nicht, ob's, ach so, es hat ja Szene aus meiner Sicht nicht gut, äh, so getragen. Ich weiß nämlich nicht, ich bleib noch bei der Szene. Ich fand tatsächlich das Schiff, ach so, okay, dann sag ich erst noch, ich fand nämlich das Schiff und wie sie da drauf standen, fand ich ein bisschen seltsam ausgeleuchtet. Das ist mir so noch nicht aufgefallen, aber ich fand's irgendwie, sah ein bisschen künstlich aus, wie sie da so dastanden, weil ich das Gefühl hatte, das Licht kommt irgendwie, es sieht seltsam aus, wie das da auf die Reling fällt. Äh, sagen wir mal so, ähm, da kann ich dann jetzt die Cross-Promotion rausholen. Hö, hö, hö. Äh, man hat den direkten Vergleich in Rings of Power und, äh, gerade da fallen mir die Schiffsszenen richtig negativ auf. und dagegen ist das hier, also es ist, es ist beides, man hat's im Making-of auch gesehen, äh, das Einzige, was hier echt ist, ist das Schiff. Der Rest ist alles CGI und das sieht man auch durchaus ein bisschen, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als in Herr der Ringe und das wundert einen Sohn, weil Herr der Ringe hat das dreifache, vierfache Budget hiervon gehabt. Ja. Aber dazu mehr im Rings of Power. Du wolltest noch was Positives sagen. Ich fand ihre Reaktionen auf seinen Vorschlag zwar irgendwie rückblickend, sie würde sich denken, rückblickend war es die falsche Entscheidung, aber wie sie es rübergebracht hat, fand ich, war sehr schön, weil da hast du gemerkt, okay, da ist eine Person, die könnte regieren, die könnte eine Königin sein, weil sie relativ klar macht, pass auf, Typ, ja, ich fühl dich geil, will ich ehrlich sein, aber geht halt nicht. Ich hab hier eine Verantwortung und vor allem, ich will das, ich will das. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass sie wirklich klar macht, nicht nur ihm, sondern auch uns Zuschauern, sie möchte auf den Thron, sie will diesen Thron mittlerweile haben. Ja, dieses Lichtbewusstsein ihres Vaters kommt da wieder durch. Sie redet dann ja vom Thron und von wegen, ach Gott, ey, unsere Ehe, weiß ich nicht, irgendwie namenlos und frei irgendwo ewig rumbumsen, das ist auch nicht meins. Ja. Und, und, äh, äh, ja, also ich mein, sie, ja, doch, sie muss ihrer Verantwortung für das Reich oder sie, sie hat das Gefühl, dass sie dem gerecht werden muss und deshalb akzeptiert sie ja auch die, die ihr mit Lena, äh, Le, äh, Lenor, Lenor Velaryon, meine Güte. Oh, mit Lena wär auch spannend. Ähm, ja. Ja, durchaus. Die sind ja nicht so konservativ, die Velaryons, ne? Äh, was ich noch sagen will, ähm, äh, weil ihr die Schiffsszenen kritisiert habt, hier gibt's das dann eine sehr geile Totale, wie ich finde, von dem, äh, Targaryen-Schiff, was irgendwie auf, äh, Kings Landing zusteuert. Das fand ich sehr, sehr toll. Ach ja, ich fand nur das, wo sie an der Reling stand, ein bisschen, ein bisschen komisch. Vielleicht ist es mir auch nur, weil ich die ganze Szene etwas befremdlich oder etwas seltsam war. Äh, Paul, wie gesagt, guck erstmal Herr der Ringe weiter. Ich weiß schon, ich hab auch schon Herr der Ringe, aber da ist halt, da wirkt halt alles so künstlich, deswegen passt's dort für mich was besser rein, weißt du? Ja. Aber das ist der falsche Podcast. Wir wollen jetzt nämlich Hochzeit feiern. Viel Spaß. Wir wollen jetzt gleich Hochzeit feiern, wobei noch nicht ganz, wir sehen erstmal die ganze Sache wieder zurück, also die ganzen Leute wieder zurückkommen in Königsmund. Alice sind beobachtet, die Ankunft und Viserys bricht nicht zum letzten Mal in dieser Folge zusammen. Mhm. Und direkt wird nach dem Maester Melos gerufen und nach seinen Blutegeln. Ja, endlich hab ich mal den Namen mitgekriegt, Melos. Kurze Frage. Den hab ich, äh, zuf... Ja. Nur so eine interne Abstimmung. Als dann die Hochzeit angefangen hat, die durchaus, glaub ich, 20 Minuten Anspruch nimmt, also die haben da schon ordentlich reingeklotzt. Ähm, nichts... Stu, kannst du das vielleicht in 10 Minuten nochmal sagen? Weil wir haben noch eine Szene vorher. Ach so. Ach, verdammt, ja. Wir müssen noch ganz kurz Kristen Kraut und Alice sind machen. Stu ist kein Freund von beiden. Das merkt man, ja. Ja, vor allem bei Kristen... Das klingt immer für mich wie die Schauspieler Kristen Kroik aus Smallville. Und der Typ sieht halt echt aus wie so ein Lord Schmalzlocker. Das ist... Der hat halt eine Optik, die passt für mich nicht in diese Westeros-Welt rein. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber gut, bitte. Ja, so ein bisschen... Ja, so... Mir geht dafür so Dario Naharis. Vibes. Mhm. Aber ich fand Dario Naharis da fast noch... Also, da würde ich den Coiler. Aber genau, Kristen Kraut wird zu Alicent gerufen. Und... Also, Alicent wirklich, die lässt das nicht locker, das mit der Nacht. Auch ihr Vater hat ihr das nochmal so... Hatte nochmal gesagt, dass sie sich auf Rhaenyra's Seite und so gestellt hat. Und dann der Laris im Garten da hat auch nochmal gesagt, hier, es geht das Gerücht und mir geht es nicht so gut. Das klingt halt wirklich wie Wahres auf Wischbestell. Ja, und... Und Alicent will das herausfinden und also, sie macht es auch ganz geschickt. Also, sie bittet ihn zu und dann bietet sie ihm so einen Platz neben sich an so und dann steht sie aber auch schnell auf und sagt, also, ich finde, also, sie versucht auch so ein bisschen herumzureden. Sie... Und sie wirkt überhaupt nicht autoritär. Das muss doch... Nee, genau. Bei der vergesse ich immer wieder, dass sie die Königin ist. Ja, ja, das stimmt, ja. Und da hat sie sich für mich wirklich wie eine Figur angefühlt und nicht wie ein Spielstein. Also, da stand sie immer nicht so im Hintergrund oder hat sie so, weil sie da ein bisschen gelöster, unsicherer und so war und sie stammelt da so ein bisschen rum. Sie benennt auch keine richtigen... Also, sie sagt, was ist... Also, eine Nahe da, wo Dame... Und was ist so... Und Christen. Ach ja, es gibt ja mal jugendlichen Leichtsinn, ne? Ja, ja. Ey, ganz ehrlich, ich... Ich hab gelacht. Ich hab wirklich gelacht. Ja, das war der zweite Punkt, wo ich wirklich... Da hab ich auch wirklich... Weil es hatte... Es hatte für mich Sitcom-Vibes. So ein Missverständnis, weil ich hab doch... Sie wollte doch gar nicht darauf hinaus, oder? Sie wollte doch auf Damon hinaus, oder? Ja, sie wollte auf moralische Verfehlungen hinaus, die es gegeben hätte. Ja, aber... Also, auf mich... Auf mich wirkt es so, als wolle sie auf das... Also, ob er in der Nacht was beobachtet hat mit Damon zusammen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie darauf hinaus... Oder dass er was gehört hat, dass sie... Dass die beiden da anmalen. Und Christen sofort so, ja, okay, ich gestehe es. Ich hab... Ich hab's getan. Und ich war so... Äh... Ja, der wusste ja... Der wusste ja auch nicht, was... Eben, der wusste das von Damon und René nicht. Ja, genau, wo ich mir schon die Frage stelle, dass dürften doch sämtliche Spatzen auch ohne Otto Hightower von den Dächern pfeifen. Jetzt hast du selber Spatzen gesagt. Das war nämlich ein Fehler, den wir... Ja, Spatzen im übertragenen Sinne. Ja, dann kleine Vögelchen. Das sind auch Spatzen. Ich mein, das dürfte doch das Stadtgespräch sein. Das ist ja der Skandal schlechthin gewesen. Und ich dachte, sie will halt durch ihn noch mal so ein bisschen Gewissheit über die andere Situation. Aber dass er das dann halt über sich auspackt, das hab ich gedacht, okay, darauf wolltest sie vielleicht gar nicht hinaus. Ich weiß nicht, Stu. Wie hast du das verstanden? Ey, ganz ehrlich, die sitzt da und fängt an zu reden. Und ich glaube schon, dass sie vielleicht ein bisschen was von ihm wissen wollte, mehr zu diesem Damon als jetzt zu dem, was er jetzt da für schändliche Taten gemacht hat. Und ich mein, sie bohrt ja nicht mal nach. Das ist ja das ist ja ungefähr so, als würdest du beim Zahnarzt liegen und noch bevor der Zahnarzt das Zimmer betritt, sagt dein Zahnarzt, okay, ich bin raus, tschüss. Ja, die hat einmal so reingestochen und bei ihm öffnen sich direkt alle Schleusen und er kommt dann noch so an, so, ja, ich will nicht kastriert oder gefoltert werden, bitte, weil Us halt nicht zu Tode und gut ist. Also wirklich, diese ganze Szene fand ich so, ich mein das ernst, ich fand die so köstlich. Ja, also wirklich, wirklich amüsant köstlich, weil, also das hat mich auch an so ein kleines Kind erinnert, dass irgendwas ausgefressen hat und da kommt ein Erwachsener und der Erwachsener geht gar nicht richtig darauf ein, sondern sagt einfach so, schönes war da draußen, oder? Ja, ich hab das letzte Übergang gegessen, bitte folter mich nicht und wenn, ich habe sehr viel am Brustwarzen. Das ist ganz großartig. Eigentlich ist sie dramaturgisch ziemlich schlecht, aber sie ist, sie ist unterhaltsam, finde ich, sehr unterhaltsam. Ja, aber auf eine andere Art und Weise, als sie sein möchte. Ja, es ist, also ich musste auch, ich hatte mehr so einen Grin oder wirklich einen Lachen, also ich musste wirklich, als ich das gesehen habe, es ist wieder so eine Szene und dieses Gefühl, das hatte ich oft bei den Szenen, wo Kristen Crowe im Vordergrund mitstand. Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen den habt. Ja, keine Ahnung. Also ja, der wirkt so ein bisschen glatt gebügelt, der ist so das, wieder ein Äquivalent in Rings of Power, ich sage nur Hallbrand, aber den habt ihr bei, ah nee, doch, Stuart hat den schon gesehen, ja. Klar, Hallbrand. Mein Kumpel Hallbrand, wie könnte ich den vergessen? Also, ich weiß nicht, wenn ihr nichts zu der Szene habt, ich finde auch so, Kristen ist ein Idiot. Weiter. Ja. Gut. Dann haben wir, glaube ich, noch, dann kommen wir, genau, dann kommen wir noch zu einer kleinen Szene, wie man nämlich Viserys sieht, der völlig fertig, der völlig fertig in seinem Sessel hängt, also der, er liegt auch nicht im Bett, sondern er liegt wirklich in so einem, auf so einem Stuhl, wo ich mir wirklich denke, boah, muss das unbequem sein, warum, warum legt der nicht irgendwo hin, warum sitzt der? Dem ist alles scheißegal. Genau, Lionel Strong bleibt bei ihm zurück, interessant hier, dass Alison gar nicht bei ihm ist, obwohl sie ja eigentlich immer diejenige war, die ihn da doch ein bisschen fast mütterlich umsorgt hat und die, ja. Ja, die ist gerade beschäftigt mit ihren Teenie-Issues da. Ja, aber die auch, ja, also, die glänzt in dieser Folge so gegenüber Viserys auch des Öfteren mal mit Abwesenheit. Und. Das ist durchaus bewusst, habe ich denn auch. Ja, 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 bestimmt. Auch vielleicht so ein bisschen eine Trotzreaktion so von ihr, also so von wegen, so, weil sie natürlich ihren Vater schon gern noch an ihrer Seite hätte. Auch da wieder ein schönes Bild, wie ich finde, wenn man da von vorne drauf blickt, wie er, wie Viserys da schlapp und zerbrechlich in seinem Sessel hängt und hinter ihm türmt sich so das Modell der Stadt auf und erhebt sich quasi, quasi über ihn, was so sein, ja, so sein Untergang nochmal wirklich in ein eindrucksvolles Bild rückt. Vor allem, vor allem, das ist ja nicht irgendein Modell, das ist ja auch noch ein Modell von Valyria, ne, also Untergang, ne, also mehr Forboding in der Bildsprache geht eigentlich nicht. Ja, und dann, dann sagt es auch noch ganz klar, was werden sie über mich sagen? Wenn sie die Geschicht, wenn die Geschichtsbücher geschrieben werden und so weiter und auch die, also allein schon wegen dem Bild und wegen dem Setting fand ich diese kleine Szene eigentlich recht, recht nett. Ja, die hatte für mich so einen starken Vibe von, ich glaube, den Film habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt, Gladiator, da ist ja hier Richard Harris, der den alten Markus Aurelius spielt und der sitzt dann auch so von wegen, ja, wie werden die Leute in der Zukunft über mich reden? als den Philosophen, als den Tyranen? Ja gut, das ist ja auch so ein ... Das erinnerte sehr daran und hier, Lionel Strong sagt ihm dann ja, also, Viserys meint ja, ich habe jetzt weder gekämpft noch erobert und ich bin kein guter Stoff für irgendwelche Heldenlieder und Lionel Strong sagt ihm dann, naja, also ... Das ist doch gar nicht so schlecht, ne? Diejenigen, die in Helden, die dann vorkommen, sind halt meistens tot und er hat ja trotzdem irgendwie, also, er überlegt ja dann so und da merkt man, dass es einfach jetzt mit ihm so langsam wirklich stufenweise zu Ende geht, er überlegt, was hinterlässt er eigentlich der Welt und da bleibt dann eigentlich nichts anderes, also, da fällt dann auch Lionel Strong nichts großartig anderes an als, ja, ihr habt Jaehaerys Erbe gewahrt. Vor allem hört man ja auch aus, dass Viserys tatsächlich auch nie auf einem Schlachtfeld gekämpft hat, ne? Dazu muss man ja auch wissen, der ist ja in den Büchern, in der Lore, der gilt wirklich als so der, ich sag jetzt mal wirklich, Partykönig. Also, der war ja, der war ja ein bisschen fettleibig durchaus eigentlich in der Lore und hat eigentlich nur irgendwelche Bälle und Turniere und alles mögliche veranstaltet. Das sehen wir hier, aber so dieses, dieses gemütliche Genügsame von dem ist natürlich weg, ne? Ja. Ich hatte das Gefühl, ich sag sehr häufig in diesem Cast, ich hatte das Gefühl, es tut mir leid, ich werde mir versuchen, eine andere Phrase zu überlegen. Du musst gestehen. Ich habe noch gar nichts gestanden. Es wird die ganze Zeit schon so aufgebaut, dass es mit Viserys zu Ende geht, geht wirklich, also natürlich auch schon so die Folgen zuvor, aber in der Folge wirklich so oft, dass ich mich auch mit im Hinblick auf das Ende frage, warum macht sie es immer wieder so deutlich oder so in your face? Gut, jetzt wollen wir aber erst mal heiraten. Nicht wahrst du? Oh ja. Nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. Oh Mann, jetzt muss ich die Ringe wegpacken. Na gut, dann ein andermal, aber wir können zumindest, ich war schon mal verlobt, ging nicht gut aus. Außerdem habt ihr die Ehe eh nicht vollzogen, das ist nicht ... Wir kommen zumindest zu der Sequenz. Die Ehe für alle für Westeros, bitte. Zu der großen Hochzeit und hast du deine einleitenden Worte zu dieser Sequenz, die sich ja dann bis zum Ende der Folge zieht? Dekadent. Also das hat die Regisseure schon ganz gut hinbekommen, denn da ist halt wirklich Essen und Gesöff im Überfluss. Aber halt eben, wenn man sich in diesem Universum, sage ich mal, ein bisschen auskennt, weiß man, okay, es gab auch Hochzeiten, die gingen gut aus, da war das größte Problem einfach nur schlechter Wein oder die musikalische Untermalung war nicht so pralle. Aber es gab eben auch Hochzeiten, die endeten recht blutig für die einen oder anderen. Und deswegen, sobald halt in dieser Welt eine Hochzeit ist und wir sind auch noch als Publikum mit dabei, ist relativ klar so, wird böse enden. Und das tut ja auch diese hier. Wobei es ja ein bisschen dauert. Es ist ja nicht so, dass jetzt 20 Stunden lang nur Massaker auf uns zukommt. Ja, es ist aber ... Und habt ihr das gemerkt, dass die Dramaturgie ähnlich ist wie bei der Red Wedding? Dass man das wirklich erst so aufbaut. Ja. Mit anderen Sachen drumherum und dann am Schluss wirklich der Fokus da drauf gelegt wird. Das haben sie ... Das war ja auch bei der Purple Wedding so. Also das war ja bei den großen, dramatischen Weddingen, bei den Hochzeiten war das ja dann immer so, dass ich ... Wedding ist scheiße, wenn gleich in den ersten 30 kurz, oh, er ist tot, okay, weiter geht's. Erraten sie irgendwann auch mal in Berlin Wedding. Aber mal eine kurze Frage. Wenn die Hochzeiten so schon gefährlich sind, was muss bei den Polterabenden erst abgehen? Ja, mit Drachen. Ach, ich ... Also natürlich, für mich ist das so ein Ding, dass man hier dieses Trademark von Game of Thrones eben durch die Red Wedding oder halt auch durch die Purple Wedding, dass man das aufgreifen will und versucht, das auch in dieser Serie irgendwie mit einzubringen. Wie das gelingt, das können wir dann darüber reden, wenn wir dann tatsächlich zu der Schlägerei kommen, die es dann dort gibt. Wir sehen erst eingeleitet durch eine tolle Drachensequenz, wo richtig Power dahinter ist. Toll! Durch die, auch allgemein, durch das Haus Valerian und so haben wir sehr, sehr viel Trommeln und alles. Also es hat richtig Wumms. Was sich dann auch schön, was sich am Anfang, was noch so kraftvoll durch die Trommelschläge ist und sich ja dann zum Ende hin in so Klaviermusik auflöst. Das ist auch sehr schön, wenn man es mal auf musikalischer Ebene betrachtet. Aber zwischendrin, wirklich mit Power geht das los. Da der Leibwächter, der Harold Westerling, also wir sehen auch die Flotte von den Valerians da und der Harold Westerling, der liest dann dort die Gäste vor. Unter anderem, jetzt hätte ich fast Jaime gesagt, nein, Jason Lannister. Herr über Kastal... Wächter des Westens. Ja, wird dort hereingebeten. Herr über Kastalysch da. Und auch Lord Hobbert, Hobbert, Hohenturm, also der Bruder von Otto, kommt da auch mit rein. Kleiner Funfact noch zu Jason Lannister. Wir hatten ja den Schauspieler, der hat ja irgendwie eine Doppelrolle gehabt. Genau, also das waren tatsächlich Zwillingsbrüder, das kann man noch dazu ergänzen zu Folge 3. Und was auch sehr geil ist, der Schauspieler war schon mal in Game of Thrones. Also Jefferson Hall heißt der. Er hat schon mal einen Lannister gespielt, der sieht irgendwie aus wie ein Lannister. Nee, 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 der hat keinen Lannister gespielt, sondern der hat den Knappen von John Aron gespielt, den dann der Berg in der ersten Staffel beim Turnier tötet, dieser Ser Hugh vom grünen Thale. Ja, das war der schon. Ja, der drückt. Also, man sieht sich immer zweimal. Und hier sieht er irgendwie aus wie Thor, ne? Ja, ja. Und auch eine kleine Szene, wie er dann nach vorn schreitet, sich davor verbeugt und Rhaenyra auch wirklich demonstrativ die Augen verdreht. Also, wurde auch gut drauf gehalten und Jason dann auch erst Viserys anspricht, dann so von wegen, oh, eine exzellente Wahl, die er getroffen hat und Rhaenyra da aber ganz ihm zuvorkommt und selber antwortet, dass es keine bessere Wahl gibt. Also, das fand ich noch mal, das ist aber noch mal schön, in die Wunde vielleicht von Jason, weil Jason war ja doch recht angetan. Ja, vor allem, was Vater und Tochter dann da für Blicke tauschen, als er dann geht und vorher da noch so eine blöde Bemerkung macht, weil, also, der will ja irgendwie der Königin, also Alicent, die glänzt ja hier dann beim Fest noch durch Abwesenheit, was irgendwie schon seltsam ist. Aber auch eine interessante Spiegelung, weil ja bei den anderen Anlässen zumeist immer Rhaenyra gefehlt hat, die dann noch woanders war. Genau, richtig. Wir jetzt wissen, ja. Genau, und, also, der will der Königin die Aufwartung machen und dann heißt es, ja, also, Viserys, ja, die wird noch zurechtgemacht von ihren Hofdamen oder was auch immer und dann macht Jason Lannister so einen richtig schönen Feministenwitz von wegen, ja, also, deswegen überlässt man ja Männern auch das Kriegshandwerk und alles Mögliche, weil die Frauen, die würden ja nie fertig und kämen aufs Schlachtfeld. Ja, ja, genau. Bitte, genau, bitte, bitte geben. Ja, dummer. Das wird abrupt, ändert sich, wobei, es stellt sich ja, ich glaube, es stellt sich noch kurz der Hohenturm vor. Nein, das ist Herr Gerold Reus aus dem Grünen Tal. Den hatten wir, das ist ein Vetter von der verblichenen Rhea Reus und am Anfang und am Anfang haben wir den auch gesehen, als die ausgerissen ist da. Richtig, genau. Die begegnet ihm kurz, ja. Genau. Das ist auch noch mal, ja, das wird noch mal kurz wichtig tatsächlich. Ja, aber noch nicht in dem Moment, denn das kleine Gespräch wird prompt unterbrochen durch den Auftritt der Valerians, die da wirklich, hatte noch jemand Harry Potter-Vibes? Ich hatte so voll hier, Harry Potter und der Feuerkel, ich wurde ja die ganzen anderen Schulen da in den großen Festtag, in den großen Festsaal da reinmarschiert kam. Hatte ich jetzt hier beim Haus Valerian den, äh, die Vibes, wie sie da reinmarschieren? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber der Auftritt ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll. Die sind einfach cool. Alle mit ihren weißen Dreadlocks. Äh, ja. Das hat schon was. Aber ich bin, ich bin eh, also die, die könnten auch gerne wieder rausmarschieren und dann direkt, ach ja, wir gehen jetzt wieder in unser eigenes Spin-Off. Ja, 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 ja. Rain, äh, Rainura geht auch ganz demonstrativ natürlich noch auf Lenor zu. Der Blick zu Jason ist auch herrlich. Also wir da, er denkt sich schon, ah, Mist, da hätte ich jetzt auch stehen. Ja, ja, ja. Ich sag's euch, der Jason macht jetzt seine Karriere als Komiker in Westeros. Kennste, kennste, kennste Frauen, ich sag's. Oh, ja. Und dem Geld, sag ich euch, baut ja seine Familie auf, dem Arsch zu verdanken, dass die Lannisters später noch richtig erfolgreich werden. Äh, Lannisters nicht. Doch, Lannisters, oder? Bitte sich. Lannisters, ja, klar. Ja, gut. Dann kommt's zur ersten Überraschung des Abends, zur ersten größeren Überraschung des Abends, denn vermutlich als letzter, später kommt ja noch jemand, er erscheint, Damon. Und, äh, ja, also es ist sein erster Auftritt in dieser Folge nach seinem Prologen. Und er setzt sich und, also Westeros ist wirklich entsetzt, lässt ihn da aber auch nicht abblitzen, sondern da hat er auch so ein bisschen vielleicht von, von Otto gelernt, der ja immer so gesagt hat, hier, bewahrt mal hier das Gesicht, ne? Lässt ihm da einen, einen Stuhl am Ende des Tisches holen. Äh, was du überraschtest, dass er da jetzt, dass er da jetzt auftaucht, obwohl er ja in der letzten Folge sehr eindrücklich darum gebeten wurde, doch nicht wieder dahin zurückzukehren. Äh, nee. Also, äh, aus zwei Gründen. A, weil er halt ein Arschloch ist und auch ein Arschloch ist, was relativ klar machen will, dass er der Geilste ist, ja, und mutig ist. Und zum anderen fand ich, dass diese Präsenz von diesem hier, äh, Lord Erol Steiner da, dem, ne? Das, das, das war halt so inszeniert so, oh, wer seid ihr? Ja, ich bin der und der. Ich kenne übrigens die und die. Genau, die, die gestorben ist. Und deswegen war mir ja relativ klar, okay, dann muss Damon auch, ähm, ja, das hielt sich ja auch durch die ganze Folge. Ja, und ich, ich hätte auch, da muss ich auch sagen, da greife ich mal ein bisschen vor, da war ich auch positiv überrascht, weil ich der Nacht, alles klar, und wir wissen, äh, wie das Blut zur Hochzeit kommt dieses Mal, aber das machen sie ja nicht. Sie, sie spielen ja ein bisschen mit unseren Erwartungen, aber da bleibt ja Damon auch ganz cool, äh, das fand ich ganz nett. Und dieses Spiel mit Erwartungen, das ist auch einerseits wieder was, was diese Serie natürlich, vor allen Dingen in ihrem Bezug zu Game of Thrones natürlich, also da, da schafft's wieder diese, diese wirklich sehr, sehr feste Verbindung zur Ursprungsserie und nicht da irgendwie, weil sie genau weiß, also, sie will genau, und am Ende liefert sie, ja, letztendlich auch so, zumindest so ein bisschen das, was man aus der Ursprungsserie kennt. und ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll, also, ob es sich dann, es fühlt sich manchmal an wie eine, es ist zwiespältig, es ist zwiespältig, weil für sich genommen ist es, ist es gar nicht mal schlecht, aber es fühlt sich trotzdem manchmal auch ein bisschen wie ein Imitat an, diese Serie könnte, wenn sie, wenn diese Serie einfach mal wirklich die Flügel ausbreiten und jetzt das Nest verlassen würde, ja, von wegen, äh, Mutti, Mutti hat jetzt genug gemacht, jetzt ist das Kind dran und geht raus aus dem Haus, aber nein, man hängt, äh, immer, und, äh, jetzt führe ich dieses Bild zu Ende, man hängt immer noch an Mamas Titte leider, so ein bisschen. Äh, Viserys hält da seine Eröffnungsrede, wird aber unterbrochen und Auftritt, dramatischer Auftritt von Alison Hightower, die da plötzlich, äh, den Thronsaal betritt mit einem tollen Soundtrack, ich meine, ein paar Klänge von, äh, Light of the Seven rausgehört zu haben, so ganz, ganz subtil, also es war nicht viel, es war nur, nee, nee, und, oh, also ich, es ist ein neues Thema, glaube ich, habe ich das Gefühl. also es war auch nicht viel, aber ich hätte gedacht, boah, das hat jetzt, das ist stark und dann habe ich mich wirklich sehr, sehr geärgert, dass da so zwei Dudes, unter anderem dieser Laris wieder, dass der dort am Rand stehen muss und das Ganze kommentieren muss, so von wegen, oh, der wird jetzt aber nicht darüber erfreut sein, dass er in seiner Rede unterbrochen wird. Ach, no shit Sherlock. Also, ganz ehrlich, bringt dann auch noch so ein, genau, die, sie hat ja eine sehr, sehr große Ausstrahlung, auch das mit diesem grünen Kleid. Das war aber wichtig. das war wichtig, aber da habe ich mich gefragt, also hätte man es nicht, das nochmal, das hätte man eleganter lösen können. In dem Moment, dann auch noch kommentieren, aha, das ist ja, die trägt das grüne Kleid, das ist nämlich die Farbe, die das Haus Hohenturm immer flackt oder was auch immer, wenn es zu den Bannern ruft. Also, oh sorry, also das hat mit diesem wirklich starken Auftritt von Alison, das hat mit dem so ein bisschen kaputt gemacht. Es ist so übererklärend, ne, an der Stelle. Das ist leider so ein bisschen eine Kinderkrankheit der Serie, das ist leider, ja, da vertraut sie den Bildern nicht genug, ne? Ja. Ich sag mal so, ich bin ja kein Experte, ne, und ich habe tatsächlich nur durch einen anderen Freund, der auch großer Fan des Franchises ist, weiß ich halt eben, was die Farbe Grün, was für eine Bedeutung die hat. Aber wenn du das nicht weißt, brauchst du schon ein bisschen Kontext. Aber, so wie es gemacht wurde, war es halt wirklich die billigste Art, das war wirklich Lazy Writing. Das hätte man anders lösen können. Es hätte auch schon ausgereicht, finde ich, wenn man in der nächsten Folge einem auch nochmal darauf angespielt hätte. Aber dieses, wie Paul schon sagte, da kommt die rein und eigentlich müsste sich alles um sie drehen. Und dann hast du halt diese zwei Typen da, die so in der Ecke stehen, dann so, übrigens, ne, by the way, passen Sie wissen, Grün ist keine gute Frage, weil das ist deswegen und hier und das, und das war nicht gut. War wirklich nicht gut. Hat jetzt nicht die komplette Szene richtig zerstört, aber es hat das Ganze schon ein bisschen auch für mich schlechter gemacht. Da bin ich auch voll braun. Ja, es ist auch irgendwo ein bisschen paradox, weil du hattest ja gerade eben schon gesagt, eigentlich stehen im Fokus der Narration irgendwo die, die weiblichen Hauptfiguren. Aber in solchen Momenten, wo man die dann einfach mal sich entfalten lassen könnte, vertraut die Serie nicht genug auf die, habe ich das Gefühl. Ja. Na? Ja. Also, aber ansonsten wirklich, fand ich, einen sehr starken Auftritt von Alison und auch nochmal, deswegen fand ich, dass ich, ich fand's gut, dass Otto, also schade für die Figur Otto, aber gut für die Figur Alison, dass er weg ist, denn ohne, also beziehungsweise mit seiner, mit seinem Anwesen, mit seiner, mit seiner Anwesenheit hätte sie nicht so einen Auftritt hinlegen können. Kann mir, das, das, weil das, also da muss ich nochmal drauf achten und ich achte nochmal sehr auf Rahmin Javadis Score, äh, wenn er dann hier jetzt ein neues Thema für sie angespielt hat, das, das, da merkt man dann auch, also da, im Grunde bekommt sie hier es wirklich Identität als Charakter. Sie wird hier von einer Figur zu einem Charakter, könnte man sagen. Oder auf jeden Fall, das wird eingeleitet. Das finde ich ja eben mit dieser Folge, äh, weil wir ja die letzten Folge auch so immer darüber geredet haben, eben wie, wie, wie die Figuren auch abseits Viserys und so weiter funktionieren. Also hier finde ich wirklich, hat man einen großen Schritt für Alicent gemacht und sie wird ja auch weiterhin dann, äh, von Olivia Cooke verkörpert auch noch, äh, an Bedeutung gewinnen oder zumindest Bedeutung behalten. Freue ich mich auch. Gut. Viserys beendet seine Rede, bla bla bla, äh, also kein bla bla bla, weil er, Alter der Drachen, eben genau, er beschwört noch mal, er beschwört noch mal das, obwohl er ganz kurz vergessen hat, wo er denn war, ausgerechnet an der Seite, wo er sagt, Targaryen und, und wer? Velaryon. Arya Velaryon. So, und, äh, dann gesagt, dann stellt das noch mal kurz vor. War das grad ein Meta-Witz, Paul? Er sagt dann, das soll ein kleiner Empfang, also das, jetzt diese Zusammenkunft soll nur ein kleiner Empfang werden, äh, dann sollen, sieben Tage von Turnieren und Festen und dann die eigentliche Hochzeit. Also eigentlich ist das nur so ein, so ein kleines Martinet am Abend. Und, ja. Dann geht's wieder richtig ab, dann gehen die Dothraki, äh, Dothraki sag ich schon, nee, die Trommeln los und da hatte ich wirklich Dothraki-Vibes, weil ich diese Trommelklänge sonst nur von den Dothraki oder so, so richtig kannte. Paul, denk dran, eine, eine Dothraki-Hochzeit mit weniger als zwei, mindestens zwei Toten wird als reizlos empfunden, ja. Siehst du, äh, hättest du auf dieser Hochzeit das Tanzbein geschwungen? Ich tanze nie. Sagen wir's mal so, äh, da läuft auch keine Musik, zu der ich dann, glaub ich, abhotten würde oder könnte. Aber es hatte schon, es hatte schon was, was Modernes, oder? Also es hatte nicht diesen, diesen, ach, wir spielen jetzt hier mal was Klassik und dann tanzen wir so, also wie bei anderen Hochzeits, sondern es hatte schon irgendwie so ein, auch wenn ich die Bewegung immer ein bisschen komisch, aber ja gut, meine Güte, wenn sie das so einstudiert haben, dann ist das so. Aber aus diesem, aus diesem Geschehen entwickelt sich dann das, was ich ja eigentlich bei diesen Hochzeitssequenzen in Game of Thrones immer so geliebt habe, diese kleinen Gespräche, die da überall am Rand stattfinden und da finden so viele statt, zum Beispiel geht Alison zu ihrer Familie oder zu der Familie, die halt da ist, nämlich ihr Onkel und der versichert ihr dann auch Old Town an ihrer Seite, also sie erhält dann da nochmal so eine Unterstützung. Also, Alsace. Genau. Er sagt ja auch so, wir wollten, wir wollten mal nach dir sehen, wie es denn, wie es denn um dich steht, nachdem dein Vater jetzt hier weggegangen ist und wir haben ja gedacht, du bist ein bisschen eingeknickt, aber nö, du siehst eigentlich ganz gut aus. Es gibt auch dann, wie gesagt, diese kurze Auseinandersetzung zwischen Gerald Royce und Damon, der dann auf ihn nochmal zutritt und der dann so ganz, ja, also der frei heraus sagt, dass er nicht glaubt, dass es ein Unfall war. Wobei ich mich ... Also er bezichtigt ihn eigentlich fast schon indirekt des Mordes. wobei ich mich auch, also er hatte ja wahrscheinlich den Kopf mit dem Stein eingeschlagen oder irgendwas mit dem Stein eingeschlagen. Ja. Ich war, also ich kenn mich jetzt nicht so und die hatten jetzt auch nicht viele Möglichkeiten, aber so jetzt mal ... Vielleicht war das auch der Grund, warum sie das halt nicht gezeigt haben, ne? Ja. Kann man, also ja, okay, also ich mein, es ist jetzt, ich hab noch nicht viele Menschen gesehen, die mit dem Kopf auf Steine geflogen sind, aber sehen die dann vielleicht so aus. Ich kann ja gerne mal bis nächste Woche ... Komm mit dem Alter, komm mit dem Alter. Ja, ja, das ... Was ich da aber noch sagen möchte zu Damon und hier Lord Gerald Steiner ist halt, wie süffisant Damon ihm auch klar macht. Übrigens, ne? War ja meine Frau. Und den Spieß einfach umdreht, ja, ja. Ich hab da noch ein Erbe, ne? Mhm. Genau, er will Runenstein haben. Und er erwähnt dann auch, dass er dieses Recht auf, also diesen Erbanspruch auf Runenstein von wegen, ja, wenn hier die Hochzeit über die Bühne ist, dann werde ich Lady Jane auf hohen Ehr mal meine Auffahrtum machen und mein Recht einfordern. Also Lady Jane, da kann man dann davon ausgehen, das ist eine Vorgängerin von, äh, 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 Lisa Ahren. Mhm. Ja, so ein bisschen. Ja. Äh, ja, also, ekelhaft. Ja, keine Ahnung. Ja, wenn man an Lisa Ahren denkt, ist es klar. Nee, nee, ich meinte eigentlich Damons Aktioner, wie er da ... Ach so, ja, ja, Damon. Oh, und ich find's ein bisschen schade, fast um seine Figur, weil er jetzt hier wieder total so das ... Ich hab das Gefühl, in Folge zuvor hatte er noch mehr Facetten. Aber gut, er hat auch hier kaum Auftritt. Ja. Was man dazu anmerken darf, äh, Damon ist, soweit ich weiß, die erklärte Lieblingsfigur von George R. R. Martin selber. Also, das ist sein absoluter Lieblingscharakter. Ja, aber dann gibt ihm mal noch ein bisschen was, oder macht ihm mal noch ein bisschen greifbarer, so, oder, ja, keine Ahnung. Äh, ja, äh, Tendenzen dahin gab's ja in der ersten Folge, ähm ... Ja, aber auch in der zweiten. Diese Folge hat er halt nichts zu tun. Ja, ja, genau. Und sagt am Ende der Folge, er geht erben. Das ist das Einzige, was es zu tun hat. Also, ich find auch, dass diese, dass die Figur an sich ist gut, nur nicht in dieser Folge, weil sie in dieser Folge nicht viel zu tun hat. Ist okay. Ja, aber der muss, ich ... Das find ich aber grad so stark daran, weil Matt Smith muss nicht großartig reden, find ich. Da reicht die Mimik, da reicht die Mimik. Der schafft es sogar, ein Morbius gut auszusehen. Also, von daher ist es okay. Ja, der ist, man muss mal generell ... Der ist die perfekte Besetzung eigentlich für diese Rolle. Also, da ist auch ... Man hätte ja schon befürchten können, ich mein, Matt Smith ist nun mal wirklich ein bekannter Name. Äh, und ein bekanntes Gesicht. Und, äh, ja, die Deviant Arts, äh, mit, mit Doctor Who und House of the Dragon gibt es schon, soweit ich weiß. Aber, äh, es ist ... Also, man hätte hier befürchten können, dass das so sein, sein, äh, bekannter Status, dass das die Rolle irgendwie überstrahlt. Stattdessen arbeitet das förmlich für die Rolle. Großartig. Ja, er hat noch eine kleine Tanzsequenz. Er schleicht sich dann nämlich so auf die Tanzfläche und tanzt dort unter anderem mit Lena. Hat dort einen ganz kurzen ... Einen dem Travolta. Ja, und, äh, Rhaenyra und Laenor eröffnen ja generell den Tanz. Äh, dann stürmen alle an die Tanzfläche. Wo ich hab gedacht, da ist auch eine schöne ... Ich hab kurz gedacht, da geht schon, äh, das Massaker oder irgendwas los, weil sie da alle und dann, ach nee, die wollen nur tanzen. Ja, 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 ja. Ja, das ist ja im Grunde einig ein Hochzeit. Aber ganz ehrlich, das wäre doch super. Die große Tragödie der Hochzeit ist der Moshpit. Es ist, es ist auch einmal eine schöne Anspielung, ähm, als die, äh, also die, die sprechen ja irgendwie, also Rhaenyra und Laenor sprechen miteinander, während sie da, äh, tanzen. Und, äh, äh, dann sagt irgendwie Rhaenyra, glaube ich, äh, dass sie sowas noch nie getan hat. Und dann sagt Laenor zu ihr, ja, es ist dem Kämpfen sehr ähnlich. Ja. Also, es ist ja auch sehr, sehr kunstvoll. Da musste ich auch, ich weiß nicht, war das vielleicht sogar ein Verweis auf Arya und ihren Tanzlehrern? Ja, 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 Tanzlehrer, ja, da hab ich auch dran gedacht. Ja. Ja. Das ist ja, äh, wenn du zum Beispiel hier bei, äh, bei Star Wars zum Beispiel, da haben ja dann in den, in den Prequels, da haben ja auch die, die, die Kämpfe was sehr Ballettartiges teilweise manchmal, ne? Was da nicht so toll ist. Aber gut, ich erinnerst du jetzt besser nicht an die Star Wars Prequels. Ja, nee, wir machen mal schnell, wir tanzen da drüber hinweg. Wobei, also wie gesagt, da tanzt jeder mal mit jedem gefühlt und nebenbei geschehen noch weitere Gespräche. Unter anderem unterhält sich da Laenor nochmal mit seinem Leibwächter, mit Gottfried, jetzt hab ich mir nämlich den Namen, äh, aufgeschrieben, Gottfried Lomund, Richard der Küsse. Lomund? Ja, ja, oder so. Richard der Küsse. Genau, und, äh. Tennaw ist so alber, ne? Ja. Er formuliert das aus, was Rhaenyra schon mal ein bisschen mit den Enten und Gänsen versucht hat, so ein bisschen metaphorisch auszudrücken. Das formuliert er ihm jetzt wirklich, also das serviert er ihm jetzt auf dem Silbertablett und sagt, hier, guck mal, wir, also Rhaenyra weiß hier von uns, aber guck mal, siehst du den Typen da drüben, der, der mit der, mit der, mit der Schmalzlocke da, der, das ist sehr, und jetzt kennen wir nämlich beide, ne, und, ja. Das ist, das ist ihr, äh, Zitat, Fotzenknecht. Oh, was, wirklich? Okay, das war gut. Ja, ja, das, 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 das sagt der Fotzenknecht. Äh, übrigens, ich, es tut mir leid, aber ich, ich weiß jetzt genau, woran mich das mit Gänsen und Enten erinnert hat. Es gab doch so eine Szene mit Deleris in der, äh, in der, äh, äh, späteren Staffel von Game of Thrones, wo sie mit Missandei irgendwie über grauer Wurm redet, von wegen, ja, wenn sie die kastrieren, nehmen sie ihnen alles? Was meinst du denn mit alles? Ja, den Pfeiler und die Steine. Ach so. Da habe ich das auch dran denken lassen, das war, das war genauso stümperhaft und peinlich begiert, was sowas angeht. Ja, aber, ja, also, also, wirklich, der, der Ritter der Küsse macht das eben jetzt nochmal deutlich hier, ne? Ja. Das, also, das ist eine, eine Win-Win-Situation, oder, naja, also, solange es uns alle gibt, ne, das so, und ihr macht euer Ding und danach können wir halt, können wir halt das halt machen, was wir wollen, wenn wir. Ja, solange alle Geheimnisse wahr bleiben, kann uns nichts passieren. Und wir, wir gehören ja jetzt irgendwo auch zu diesem, diesem, äh, Liebes-Vieereck, könnte man sagen. Ja. So, Damon tanzt sich inzwischen durch die Reihen und tanzt sich dann irgendwann, bis er mal bei Rhaenyra ankommt. Viserys ist schon ganz, ist schon ein bisschen nervös und zerpflückt da sein, sein, sein Fleisch. Ich weiß nicht, ist es eine Gans, ist es eine Ente? Ich habe es nicht deuten können. Wahrscheinlich schon, ja. Und, wie ist so. Das ist eine sehr heitere Stimmung eigentlich im Raum. Ja, aber Viserys ist schon so ein bisschen, der, der guckt schon, wo, wo ist sie jetzt? Was ist, was ist passiert? Und dann, das, und es kommt ein Dialog zwischen den beiden und dann fand ich es toll, weil ich hatte das Gefühl, da hat's, ich hat's, da ist es wieder, äh, da hat das Valyrich wirklich mal Sinn ergeben, weil sie sich halt so, doch eher unter sich unterhalten konnten, als wenn da vielleicht noch links und rechts jemand mithört. Und, äh, er ist ja, also, er redet ihr ja von der Hochzeit ab, um es so zu nennen, von wegen, oh, das ist ein ehrbarer junger Mann, du wirst dich zu Tode langweilen bei dem. Und sie schmeißt ihm dann, das fand ich sehr gut vom Dialog her, sie schmeißt ihm genau das, äh, zurück, was er ihr in der letzten Folge erzählt hat, von wegen, ja, Ehe ist politisches, politisches Arrangement, guck doch mal, was ich hier mache. Und dann, und dann fordert sie ihn aber von wegen so, ja, dann, äh, dann nimm doch mich, stell dich der ganzen Königsgarde entgegen, äh, raub mich, bring mich mit, äh, entführ mich nach Drachenstein und so weiter und so fort. Also, da merkt man, sie fordert ihn wie daraus. Ja, ja, sie ist, ja. Auch die Szenen zwischen den beiden finde ich sehr interessant tatsächlich. Es ist immer so ein Kräftemessen. Und dann, im Gegenschnitt dazu, kurz den Einschub von dem Ritter der Küsse und Kristen Kraut, die, das sind wirklich zwei Charaktere, bei denen hätte ich von Anfang an gesagt, okay, ihr beide funktioniert nicht. Oder das sind zwei Typen, weißt du, die, okay, ja, lasst mal lieber bleiben. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es dann so schnell tatsächlich so eskaliert, aber. Ich muss sagen, das war auch so eine, so, so eine Einstellung, du siehst diesen, diesen King of Kisses, so wie der Typ heißt, so, 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 so selbstgefällig und, und selbstbewusst da auch so stehen und er flüstert ihm halt so, also, was weiß ich, er flüstert, er redet mit ihm relativ klar und offen und macht ihm halt eben klar, pass auf, so sieht's aus, ne? Und dann hat man halt eben. Vor allem Kristen Kraut steht da wie so ein Beefheater irgendwie. Hallo, ich halte hier Wache, was willst du? Da hast du, also, wisst ihr, woran mich dieser Kristen-Kohl-Kraut da erinnert, so ein bisschen? Ja. An die noch dümmere und debilere Variante von Kronk aus Ein Königreich für ein Lager. Also, wirklich. Also, weil dieser, dieser, dieser. Wirklich, der ist seinen eigenen Film. Dieser Kusstyp will ja nichts Böses und was er ja macht, ist ja im Prinzip nur so ein bisschen, ich nenne es mal Liebesdiplomatie. Ja. Ja, 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 ja. Und, ähm, der Typ, dieser, 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 dieser Gottfried, der, dieser, dieser dumme Ritter, steht die ganze Zeit nur da, so, so, was will der von mir? Ich mag ihn nicht. Ja, geh weg. Und es wirkte auf mich auch so, als ob das Gehirn von dem irgendwie was verwechselt hat, so, und so, wie du willst die was? Und dann halt reagiert er über, also, ja, er reagiert schon ein wenig über, muss man auch mal sagen. Wir sehen den plötzlich, also, es ist eigentlich total die festliche Stimmung, wie auch Dom gesagt hat, und plötzlich gibt's Gekreisch und Gedränge und, also, also, man sieht gar nicht, man sieht das dann so ein bisschen aus der Perspektive von Viserys, der da eben auch schon aufgestanden ist und guckt und man sieht nur diesen Pult und, äh, du, was war das Erste, was du gesagt hast? Also, gut, dass es auf irgendwas hinauslaufen wird, dass da irgendwas Krasses oder dass da irgendwas Blutiges passieren wird, das war den meisten bewusst, so. Aber was war dein Erster Gedanke, als du da dieses Getümmel dort gesehen hast? Was hast du gedacht? Was, ich, was ist los? Und ich dachte als erstes, hm, weil ich es gewohnt bin von meinen Massakern auf Game of Thrones oder Westeros-Hochzeiten, dass man den Anfang sieht. Also, man sieht halt, wie es, wie dieser Exzess, nenn ich's mal, zustande kommt. Und jetzt ist es ja so, wir sehen's nicht. Wir werden erst damit visuell, optisch konfrontiert, wenn es ja wirklich schon von im Gange ist. Und gut inszeniert. Und ich dachte mir so, okay, ähm, aber was, was bei mir nicht gefruchtet hat, ich dachte eigentlich, dadurch kommt so eine Art Spannung in mir auf, so, wer ist jetzt mit wem aneinander geraten? Aber das war's nicht. Äh, denn plötzlich kommt halt eine Art, kommt ein Schnitt, nachdem es halt dieses Getümmel gibt und hu, hu, hu. Und dann siehst du halt, wie, ähm, Lord Dumbuds auf dem King of Kisses da rum sitzt und ihm halt immer wieder ins Gesicht schlägt und nicht aufhört. Und, ähm, Achtung, Spoiler, der unten liegende überlebt es nicht, beziehungsweise sein Gesicht überlebt es nicht. Ja. Ähm, es ist sehr, 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 immerhin zerdrückt er ihm nicht den Schädel, ne? Also es ist sehr brutal, es ist nicht das Brutalste, was ich in diesem Serienkosmos gesehen habe, aber es ist schon unangenehm. Ja, ähm, ja. Aber ich muss sagen, dass ich es von einer, nicht ästhetisch, aber von einer, von einer spannungstechnischen Sicht eher enttäuschend fand. Ich fand, das war, also ja, es kam halt dieses Gewusel und dann, okay, was ist hier los? Das fand ich spannend, also da war ich so, hm, was ist hier los? Nee, gar nicht. Okay, ja gut. Das hat mich kalt gelassen und ich muss auch sagen, ähm, es, was mich irritiert hat, ist halt wirklich, die Hochzeit war jetzt groß, aber ich fand, dass dieses Gewusel jetzt nicht danach aussah, als ob da drei Millionen Leute oder für mich sogar nur 300 Leute aufeinander rumstehen. Und ich dachte mir, kann der König einfach mal sagen, seine Männer, Leute, geht da mal bitte mal rein und holt den Typen von, von dem anderen Typen runter. Also für mich wirkte es so, und dann bin ich jetzt auch fertig mit meiner Aussage, ähm, dass der Tod auch ein bisschen schuld ist von den Leuten, die da rumstehen und nichts machen. Also das fand ich ein bisschen seltsam, weil, also wirklich, da wird ja nichts gemacht. Da stehen dann welche noch mit Selfie-Sticks. Ja, ja. Und selbst der König sieht halt irgendwann mal, was da los ist und es dauert ja eine Zeit lang, bis der Typ hoch ist. Bis überhaupt irgendwas. Also, ja. Ja, es ist wirklich so, keiner tut was, selbst der König, der eigentlich locker eingreifen könnte, nach einer gefühlten Ewigkeit gibt der ein Zeichen, kommt die Wache und nimmt die Prinzessin halt weg, damit die noch im Hintergrund heiraten kann. Genau, genau, genau. Ähm, muss ich sagen, äh, ich war von der, die Auflösung hat mich nicht überrascht, ich fand es, vom Spannungsaufbau hat es mich nicht bekommen und ansonsten muss ich sagen, also, boah, eher in der unteren Top 3 meiner Westeros-Hochzeit, will ich ganz ehrlich sagen. Bei dem, bei dem Gewusel hat es mich noch, weil auch, also, es war natürlich auch so ein bisschen, äh, ein Red Herring, würde ich es fast nennen, dass man, man hat auch Damon und Rhaenyra gar nicht gesehen. Man hat, also, ich habe erst gedacht, hä, okay, was, also, warum auch immer war meine erste Assoziation, hä, hat Damon und Rhaenyra jetzt niedergestochen oder warte, was ist jetzt so krass, dass ihr, dass ihr euch alle aufregt oder, und da konnte ich schon, ich hätte mir fast so ein, so ein Bild gewünscht, wie sich irgendwie Viserys da durch die Reihen, kämpft, weißt du, so in dem One-Shot, dass man ihn da sieht, wie er sich durch das Gewür drängt und dann, dass du das dann eben sieht und dann sieht man halt Kristen Kraut, wie er auf den, auf den Ritter der Küsse einprügelt und dann war ich auch so, hä, äh, okay, äh, das, das war so, als würde man zwei Puzzleteile zusammenfügen wollen, die nicht zusammenpassen, also, ich fand's auch von der Figur des Kristen Kraut, also, ich hätte ihm das nie zugetraut, erst mal jetzt so, weil ich ihn doch immer ein bisschen, also, natürlich hat sich in ihm wahrscheinlich viel aufgestaut, auch jetzt durch das Abblitzen, Anführungszeichen, von Rhaenyra auf dem Schiff, aber, ja, also, das kam für mich so ein bisschen, und da hatte ich dann halt das Gefühl, ich muss jetzt immer lachen, wenn ich das sage, es tut mir leid, äh, dass man diese Hochzeit unbedingt so etwas verleihen wollte, unbedingt so etwas, so eben das Trademark von Game of Thrones aufdrücken wollte, dass irgendwas krasses, irgendwas blutiges, tragisches auf dieser Hochzeit passieren muss und dann nimmt man halt das und das fand ich halt als Lösung auch so, so halbgar, ich ... Ja, irgendwie das, ähm, der, der, dieser ganze Aufbau, ähm, das, was dann kommt, das wird dem nicht gerecht, beziehungsweise es ist zu schnell vorbei und, und irgendwie auch ein bisschen zu, also, ich muss sagen, dieses Gewusel hat mich schon gekriegt, auch das, dass man halt zuerst die Reaktion der Leute drumherum hört, ne? Dass man zuerst die, 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 die Schreie hört und sich dann fragt, äh, was ist denn da los? Ähm, aber die, die Szene selber kann's dann leider nicht einlösen. Ähm, man muss da aber auch zu sagen, dass, ähm, wie ich das jetzt mitbekommen habe, äh, äh, diese Szene ist nämlich eigentlich, äh, soweit ich weiß, äh, findet das eigentlich während eines Turniers statt, was hier passiert. Hm. Ja, der auch deutlich plausibler erscheint, ne? Ja. Das mal als Anmerkung dazu. Ja, also den, so diesen, so diesen, so das, was die Hochzeit verspricht, das, was man halt auch durch die Verbundenheit zu Game of Thrones von dieser Hochzeit erwartet, in Anführungszeichen. Ich hätt's, ich, es wäre in meinen Augen, natürlich hätten dann viele Leute gesagt, boah, das ist langweil oder das ist jetzt voll die Enttäuschung, wenn sie einfach mit dieser Erwartungshaltung gebrochen hätten und einfach entweder was abseits der Hochzeit hätten eskalieren lassen oder einfach die Hochzeit so oder mit diesem, mit dieser Erwartung gespielt hätten. Aber sie, ja, sie versuchen dieses Trademark von Game of Thrones aufzunehmen und es gelingt, wie hast du auch schon gesagt, also auch für mich nicht so richtig, weil es eben auch mit der, mit der Figur von Kristen Crow, zumindest von dem, was man gesehen hat, für mich nicht so richtig zusammengepasst hat. Weil er ja auch immer so ehrenvoll und so war und ja, ich hab jetzt, ich hab dieses Grauen vor, ich hab mit Rhaenyra, ich hab meinen, ich hab meinen weißen Umhang befleckt oder was weiß ich, bitte richtet mich sofort hin oder so und dann, ja, ich, ja. Ja, ja, ich hab Flecken auf meinem Umhang, genau, und die sind nicht unbedingt von mir. Hier ist doch Gesicht drauf. Aber, nee, aber das, also ich glaub, da stoßen wir schon so auf so ein Grundproblem der Serie einfach, dass die sich in ihrem Drang wie Game of Thrones, Game of Thrones sein zu wollen, an solchen Stellen, gerade wo es um die Trademarks von Game of Thrones geht, die Game of Thrones groß gemacht haben, dass man, indem man da so hinterherhächelt, dass sich die Serie dadurch irgendwie auch ein Stück weit selber im Weg steht, leider. Na? Mhm. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Ja. Und es zieht sich vom, vom Vorspann bis hierhin, wirklich. Und wie ich finde, also ich fand diese Folge eigentlich wirklich, bis dahin fand ich die, äh, sehr gut, mir haben viele kleine Szenen dazwischen gefallen, vor allen Dingen wegen auch, äh, für Figuren, die da drin aufgetreten sind, aber ich finde auch, dass sie den Absprung oder das Ende nicht richtig schafft. Oder, da passieren dann noch so viele kleine Dinge, sehr, so viele wichtige Dinge eigentlich, die aber dann in diesem Ausklang, in diesem, in dieser Klaviermusik so, naja, ja, dann noch auslaufen. Weißt du, nach den Hochzeiten hattest du ja normalerweise immer nach dem großen Paukenschlag, hattest du ja die Abblende. Mhm. So. Ja. Ja. Und hier geht es dann noch ... Es gibt keinen Paukenschlag. Genau, erst mal, es gibt keinen richtigen Paukenschlag, es gibt eben ja diese, diese Auseinandersetzungen, die natürlich, also die ja wirklich, auch wie sie aufgebaut ist, für Laenor, also wirklich eine Tragödie ist. Ja. Und auch wirklich für dieses, und man auch in dieser Szene dann, in der dann sehr traurigen Hochzeitszeremonie, dann auch wirklich Rhaenyras Betroffenheit ja sieht. Und ... Und Laenor noch ein blutiger Nase, auch so ein bisschen, ne? Also der ist noch ... Ja, stimmt, Kristen verpasst ihn ja auch eine. Und ... Genau, ich glaub, das war ja auch ursprünglich der Konflikt, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist dann, glaub ich, der Night of Kisses zwischengegangen oder so was, ne? Also könnte man jetzt mutmaßen. Ich mein, das hat man am Anfang auch gesehen. Es war, wie gesagt, es war ein Gewusel. Ich hab nur dieses Bild im Kopf, wo Rhaenyra zur Seite gestoßen wird. Ähm. Ja, stimmt, das kann auch so sein, dass er erst, ja ... Aber, ja, ich weiß nicht, bei Cole, bei Kraut muss sich irgendwas wirklich sehr, sehr angestaut haben, dass er das so eskaliert hat. Man darf nicht vergessen, man darf nicht vergessen, die sind ja beide Leibwächter gewesen. Also im Grunde haben sich hier zwei ... Also daran merkst du auch, dass da die dramatische Fallhöhe einfach nicht ist. Äh, das ist einfach halt die große Eskalation, dass sich zwei Leibwächter wegen Eifersüchteleien auf die Fresse hauen. Ja, und es ist ja, also wie gesagt, es ist ja an sich ... Das ist zu wenig. Naja, also ich find's ja an sich schon. Ich find, das ist an sich ja schon sehr, sehr tragisch für die einzelnen Figuren, was dort passiert. Aber es ... Das schon, aber sie können es nicht so wirklich ausspielen, auch weil dieser Sir Gottfried irgendwie auch so ein bisschen Kai aus der Kiste hier eingeführt wurde. Ja, das stimmt. Der ist ja auch, ich weiß nicht, ob wir ihn vorher schon mal gesehen haben, der war ja auch hier plötzlich aus dem Nichts. Und es fehlt für mich dann vielleicht auch noch so ein bisschen die Konsequenz. Wir sehen Kristen danach im, in dem, in dem Garten wieder stehen, bei Nacht, wie er seine Rüstung, ich weiß nicht, ob er sie ablegt, jedenfalls zieht er sein, zieht er eine Waffe und will sich dann dort ... Der will, der will Seppuku begegnen, wie man das so schön ... Ja, genau, dann hab ich auch gesagt, will sich dann dort richten, aber dann kommt Alicent und hält ihn ab. Und eigentlich hätt ich gedacht, okay, das war's für Kristen Kraut. Ich hatte, also, keine Ahnung, das hätte ... War das die Hoffnung? Ja, nicht die Hoffnung, aber es hätte dieser, das hätte noch mal, noch eine Tragik da reingebracht, wenn keiner von diesen beiden Leibwächtern das eben überlebt hätte, ja? Keiner von den beiden Geliebten aus diesem Liebesviereck. Also, man sieht's ja auch nicht, aber wahrscheinlich, weil Kristen Kraut ist ja dann auch später noch in die, in weitere Ereignisse verwickelt, also wird er sich wahrscheinlich nicht umbringen. Oder, Stu, wie hast du dann dieses, ich nenn's jetzt mal, Nachgeplänkel, gar nicht, weil es so unbedeutend ist, aber weil es so fast in so einem Nebenbei oder in dieser Schockstarre passiert? Ja. Ähm, ich fand das ganze Nachspiel, ich nenn's mal einfach Hochzeitsepilog, echt Phase, weil ich glaub, ich hätt's besser gefunden, wenn ich halt wirklich in einer Schockstarre gewesen wäre, aber ich als Zuschauer war nicht in einer Schockstarre, sondern dachte mir so, okay, hätten wir das auch abgehakt, so, was ist jetzt Phase? Abgesehen von dem allerletzten Schlussbild, was wirklich schön war, muss ich auch sagen, ich fand, wie du auch gesagt hast, der Endpunkt war echt auch, eigentlich schlecht gesetzt. Das war so, damit hat man diesen Nicht-Impact nochmal ein bisschen mehr genichtet, um es mal so dumm auszudrücken. Ähm, dieser, dieser, dieser Selbstmordversuch von ihm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, habt ihr in den letzten paar Minuten, aber ich bin echt kein Fan von dieser Figur. Was? Und bin eher ein bisschen enttäuscht, dass er nicht, weißt du, ganz ehrlich, komm, komm, ist gut. Ich weiß auch nicht, was man mit seiner Figur noch machen will. Ja, komm, er hat mir auch gesagt, komm, mach es, ne, du wirst in ein paar Jahrhunderten als Influencer wiedergeboren. Aber okay, das ist, das ist mehr dein Ding, aber. Ich meine, was ist denn jetzt sein, der hat jetzt so viel, also Alicent weiß, dass er mit Rhaenyra geschlafen hat, der hat jetzt den, den Leibwächter von, von, äh, Laenor getötet, was, 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 was ist denn jetzt, wird der nicht eh hingerichtet oder wird der nicht eh verbannt oder, also er kann doch jetzt nicht da einfach so aus der Sache rauskommen. Ich meine, was ist denn jetzt die Alternative oder springt da jetzt wirklich Alicent für ihn ein? Wer weiß, aber glaube ich eher nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, was ich aber noch ergänzen. Schon, das Schlimme ist schon, das Schlimme ist, ist mir auch ziemlich egal. Ja, leider. Ja, das merke ich schon, ja, ja. Ja, das, das liegt aber daran, dass die, dass die Figuren da einem nicht so nah sind, also deshalb funktioniert auch dieser Höhepunkt nicht. Was mir noch auffiel an der, äh, äh, Szene, wo Laenor und, äh, Rhaenyra getraut werden, der Septon spricht die Verse, die eigentlich normalerweise die selber sprechen, also halt diese Aufzählung der, der Sieben, ja. Ja, also hier Krieger, Frau, Jungfrau, Fremder und so weiter, das sagen eigentlich in Game of Thrones zumindest immer diejenigen, äh, äh, die sich dann irgendwie gegenüberstehen und dann da eben verheiratet werden. Und hier sagt es der Septon, das hatte für mich auch noch mal dahingehend so eine gewisse, äh, ja, irgendwo eine, ne, ne, ne Passivität eigentlich, ne, an der Stelle. Fand ich, fand ich eine ganz nette Nuance. Ähm, und dann können wir noch mal auf das, Stuart hat es gerade schon angesprochen, das Schlussbild mit dieser Ratte oder Maus. Mhm. Das haben wir nämlich völlig vergessen in der vierten Folge, da hat ja Alicent diesen wunderschönen Seestern-Hex mit, äh, mit, äh, äh, ihrem Gemahl Viserys und dann guckt sie ja so in, 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 äh, bei ihrem Baldachin-Bett so nach oben und da hängt so diese, diese Maus oder Ratte oder was auch immer und die, 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 die betrachtet die so fast sehnsüchtig und da hab ich mir dann auch so, also so im Nachhinein hab ich mir gedacht, diese Ratte ist eigentlich freier als sie und man muss bedenken, Alicent ist die, das ist die, das ist die mächtigste Frau der Sieben-Königs-Lande, das vergisst man immer wieder, dass die die Königin ist. Ich, ich gewöhn mich da einfach nicht dran. Vielleicht ist das auch gewollt, aber, ähm, jetzt, also, es ist ja kein Zufall, dass das dann mit der Ratte hier wiederkommt, es ist ja auch wieder Claire Killner auf dem Regiestuhl. Äh, wie habt ihr das denn verstanden, diese Ratte, die in der Blutlage rum, äh, schleckt? Äh, ja. Ich hab erst mal noch eine, äh, einen Augenblick zuvor, sehen wir ja noch, wie Viserys zusammenbricht. Und, ja, aber ganz ehrlich, der ist in der Folge so oft zusammengebrochen, das ist schon irgendwie. Das ist nämlich, das ist. Ja, aber er bleibt jetzt liegen. Das ist kein Rawning-Gag, das ist ein Falling-Gag, so. Ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, ist es wahrscheinlich so, wenn er jetzt in Folge 6 wirklich auftauchen sollte, ich hab den Schwellner dazu nicht gesehen, aber wenn er wirklich da auftauchen sollte, dann, dann, wenn er da nicht wirklich nur noch aus Haut und Knochen besteht und nur noch im Bett rumliegt und außer, äh, nicht mehr sagen kann, bin ich zufrieden. Aber wenn der noch mehr machen kann. Vor allem, der ist ja nicht einfach nur zusammengebrochen. Der ist richtig, es sah wirklich aus wie eine Sterbesszene. Ja, der ist umgekippt. Ja. Der ist, der ist wirklich umgekippt, da hab ich mir gedacht, hat der sich jetzt einfach die Birne, äh, angeschlagen? Ich mein, das wär dann auch ein schöner Punkt zum Anfang der Folge. Ähm, hat er, hat er sich die Birne angeschlagen und jetzt ist er einfach mit einem Genickbruch oder, oder Schädelbruch oder was auch immer. Und ihm ist das ja, ihm ist ja schon bei dem Gewusel da auf der Hochzeit, hat, ist ja, ich weiß nicht, da ist ihm ja auch schon schwindelig geworden oder er hat Nasenbluten gehabt. Ja, also es war für mich nochmal so, wirklich nochmal in dem, äh, da in dem Gewusel geht, das ist nochmal so sein Untergang. Ja, so, so endet die Folge dann, also mit dem Bild dann mit der Ratte. Ich weiß nicht, äh, du, willst du noch was zu der Ratte sagen? Ich hab da tatsächlich keine weiteren. Also ich fand's auch ein sehr schönes Bild, wie sie sich über das Blut hermacht, aber ich hatte da dann keine weiteren Gedanken. Naja, die Ratte kann natürlich für jede Menge Sachen stehen, äh, ich nehm, ich, für mich ist das so, gerade im Mittelalter-Asthetik bedeutet Ratte immer Pest, das heißt Tod, äh, der Tod kriegt sie alle und letztlich landet alles letztlich, äh, auf dem Boden und ist tot und Blut und die Ratten fressen dran, egal ob es der, der Enten oder, äh, Gänsebraten ist oder halt eben das Gesicht von deinem Lover. Oder aber die Ratte ist halt, wenn man jetzt der Allegorie aus der vierten Folge folgt, dass die Ratte für Alicent steht, dass, äh, ja, die Hightower sich irgendwie an dem laben, was vielleicht noch übrig bleibt von Haus Targaryen, ne? Das klingt sogar so, als ob es Sinn macht, ja. Okay, puh, ja, siehste. Darum sitz ich ja auch hier so, ja. Siehste, vorhin noch über Rings of Power, äh, gelächelt über die Laufzeit und Spups. Viel, viel Spaß. Ah, sind wir bei über zwei Stunden. Ja, krass. Siehste, ich wollte, wir machen es ganz kurz, aber ich würde es trotzdem gerne noch an dieser Stelle, vielleicht verpacken wir es gleich mit dem Fazit zu dieser Folge. Einmal noch ein Fazit eben zu dieser Folge, ähm, und wie es denn bisher mit der Staffel, wie es mit der Staffel ist, wie euer, überhaupt euer Staffel-Eindruck ist bis zu dieser Stelle. Ganz kurz, äh, Stu, fang doch gerne an. Ja, äh, ich hab die ersten vier Folgen der, äh, ersten Staffel des Recaps nicht gehört, äh, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ich fand, diese Folge, dank meiner Beteiligung, war sehr schön. Dankeschön, Dom. Nein, bitte, bitte jetzt, bitte noch zur Serie. Ähm, ja, man kann der Serie, was so technische Aspekte angeht, kann man der nicht viel nachsagen. Also, dass jetzt mein Finger nicht richtig, äh, ähm, bearbeitet worden ist, geschenkt, äh, ich sag nur Crunch Time, also da mach ich keinen Vorwurf, das, 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 das fällt mir sowieso nie auf. Immer erst dann, wenn es das Internet erfahren hat. Ähm, die Serie ist gut gespielt, sieht auch weitestgehend wirklich gut aus, aber ganz ehrlich, wenn ihr jetzt, sagt, pass auf, Stu, das war heute so grandios, du hast diesen Podcast auf einer ganz neuen Ebene, der, der Unterhaltsamkeit und der Informations, äh, schieß mich tot gehoben, würdest du bitte in Folge sieben oder acht oder neun nochmal da kommen, dann würde ich sagen, klar, mach ich, und dann würde ich dann auch gucken, dass ich da vor die restlichen Folgen gucke. Jetzt, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche nochmal reingucken werde. Ich, es, es, es wäre echt blöd, weil ich mir jetzt extra dafür dieses verdammte Wow-Abo geholt habe und Wow-Aga ist geil, scheiße. Ähm, aber, äh, so gut die, die Serie an und für sich ist, ist, ähm, sie holt mich nicht so richtig ab. Ich werde da nicht reingezogen in diese Welt. Es ist zwar immer noch Westeros, aber ich weiß noch, bei Game of Thrones war ich in der ersten Folge relativ schnell drin. Hier habe ich immer das Gefühl, ich, dass ich, ich als Zuschauer, ich, ich finde da wenig, was mich so richtig reinzieht. Ähm, wie gesagt, es ist für mich gar, auf gar keinen Fall, würde ich sagen, es ist eine schlechte Serie, es Gott bewahre, aber, ähm, ob ich nächsten Montag jetzt wieder einschalten werde, ich weiß es nicht. Es ist ähnlich wie bei dieser anderen kleinen Fantasy-Serie, die Amazon für 1,50 Euro gerade realisiert hat. Da habe ich auch den Anfang geguckt und fand es auch gut, aber auch da zieht mich nichts richtig rein, obwohl ich eigentlich dem Fantasy-Genre durchaus zugewandt bin. Deswegen, ähm, mein Mittel- oder Mid-Season-Fazit, es ist eine gute Serie, aber bislang kann ich nicht behaupten, es ist meine Serie. Dankeschön. Ja, da kann ich mich dann eigentlich sogar anschließen und das aufgreifen von Stu, äh, weil du gerade meintest, Fantasy, die Serie ist gar nicht so wirklich Fantasy, es ist im Grunde genommen ein Shakespeare-Drama, äh, im, im, äh, Gewand von, von Westeros oder umgekehrt, je nachdem. Äh, das, das muss man, glaube ich, so ein bisschen akzeptieren. Du hattest es ja auch, äh, damals in unserem Ersteindruck gesagt, Paul, äh, die Serie ist mehr Game of Thrones, als Game of Thrones, Game of Thrones war, ne? Ähm, ähm, und das so mit allen Stärken und Schwächen, also ich, ich kann mich da anschließen, ich fand, ich finde die Serie bislang gut, aber sie steht sich in einigen Sachen doch sehr im Weg und ich muss auch sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich die jetzt unter Recap-Gesichtspunkten auch nochmal anders betrachte. Äh, die Schwächen und Probleme sind tatsächlich schon sehr schnell an, an die Oberfläche gekommen. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal auf der Hälfte und du kannst wirklich sehr eindeutige Schwächen ausmachen und die Größte davon ist und bleibt, dass man zu sehr am Image der großen, äh, weltumspannenden Mutterserie klebt und, äh, ja, sich nicht so richtig traut, auf eigenen Füßen zu stehen. Und der beste Indikator dafür ist immer noch der Vorspann, dennoch ist es, äh, ist es, äh, jede Woche für mich irgendwo immer sehenswert, gewisse Folgen, insbesondere die hier, äh, verliert so im Nachgang aber doch ein bisschen, äh, ansonsten, ja, was, was kann ich jetzt sagen, ist toll gespielt, sieht gut aus, etc. Aber, ja, äh, man merkt halt auch, Ryan Condell ist, ähm, und ich meine, da werden mich jetzt viele verhassen, ich weiß, aber Ryan Condell, äh, ist, äh, nicht vom Schlag eines David Benioff oder DB Wise. Das kann man, glaub ich, so festhalten. Aber ich werd's auf jeden Fall weitergucken, ja. Ja, ich kann euch beiden da eigentlich nur zustimmen. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass sie sich jetzt mit diesem Umbruch, der uns jetzt nach Folge 5 erwarten wird, vielleicht mehr trennen von der Serie. Ja, aber ich hab auch gleichzeitig das Gefühl, dass man es doch dann lieber, dass man lieber die sichere Schiene fährt und da vielleicht doch noch auf weitere Trademarks, ich, das ist auch ein Wort, was ich sehr häufig sage und warum erwähne ich das auch immer wieder, äh, zusteuern, wie zum Beispiel, äh, eine Folge 9, vielleicht eskaliert's in Folge 9 nochmal so richtig, wir werden's sehen. Ich hab vor allem noch, äh, Probleme mit ein paar Figuren, wobei gerade Alison für mich schon ein bisschen deutlicher oder ein bisschen greifbarer geworden ist in der Folge. Ansonsten für diese Folge ist auch, ich hatte sie eigentlich direkt, nachdem ich sie fertig geschaut hab, war ich eigentlich recht angetan, hatte mir ein bisschen besser gefallen, ist die vierte, aber jetzt, wo wir jetzt hier schon wirklich so lange drüber geredet haben, ist sie in, ja, in meiner Gunst dann tatsächlich auch nochmal gesucht, gesunken, weil auch wirklich nochmal Szenen hervorgestochen sind, die wirklich entweder platt oder eher ein bisschen cringe und so weiter waren, alles in allem bleib ich natürlich weiter dran, ich hoffe, ihr auch, liebe ZuhörerInnen, zumindest an unseren Recaps und wirklich vielen Dank, falls ihr tatsächlich bis hierhin durchgehalten habt, äh, wie gesagt, lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet, ich bedanke mich bei meinen beiden Mitstreitern, bei was heißt du? Morghulis Vala, du, hello. Fast. Ich fand deine Teilnahme heute wirklich, äh, sehr, sehr, sehr gelungen, ich meine, man muss sich nur die Länge des Castes angucken, wir konnten nicht genug... Jetzt bin ich da schuld, oder was? Nein, wir konnten nicht genug bekommen von deiner Stimme und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du vielleicht doch noch irgendwann mal mit dabei wärst, um natürlich dein Wow-Abo, äh, auch zu pflegen und da... Ich hab das ja sechs Monate, Leute, ne? Da auch was wegzugucken. Vielleicht hören wir uns mal wieder und ich bedanke mich auch bei Dom. Tschüss. Dessen, dessen Internet... Entschuldigung, äh, liebe ZuhörerInnen, aber sein Internet ist gerade abgeschmiert, zumindest hören wir ihn nicht mehr. Ja, äh, falls er nachträglich noch ein Tschüss sagen sollte, äh, dann schneide ich ihn hier noch an die Stelle rein. Wenn nicht, äh, dann hört ihr ihn spätestens nächste Woche wieder und damit wir jetzt nicht noch länger werden, äh, würde ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.